Das Hotel war ein reichverzierter Marmorpalast, der wirkte wie aus weißem Klöppelzeug. Die Fußböden waren mit ausladenden Seitenteppichen bedeckt, in die edlen Holzmöbel waren Intarsien aus Silber, Perlmutt und Elfenbein eingelassen, auf den Tischen standen Porzellanvasen, die von duftenden Blumen überquollen. Überall wucherten tropische Gewächse in großen Schalen aus getriebenem Kupfer und in kompliziert verschachtelten Käfigen sangen bunt gefiederte Vögel. Einst war der Palast die Residenz eines Maharatchas gewesen, aber der hatte nach der Unabhängigkeit Indiens seinen Einfluss und große Teile seines Vermögens verloren und das Gebäude schließlich an ein nordamerikanisches Hotelunternehmen verpachtet. Die Familie des Maharatchas bewohnte noch immer einen der Seitenflügel, zu dem die Hotelgäste keinen Zutritt hatten. Nachmittags konnte man die Familie unten im Salon antreffen, wo sie mit den Touristen den Tee zunehmen pflegte. Das Zimmer, das sich Alex mit den Fotografen teilte, war mit Prunk überladen. Im Bad fanden sie eine gekachelte Wanne von den Ausmaßen eines Schwimmbeckens und ein Wandbild mit der Szene einer Tigerjagd. Die mit Büchsen bewaffneten Jäger ritten auf Elefanten, umringt von ihrem Gefolge aus Dienern zu Fuß, die Lanzen oder Pfeil und Bogenschwangen. Das Zimmer befand sich im obersten Stockwerk des Hotels und vom Balkon aus hatte man einen Blick über die wundervolle Gartenanlage, die von der Straße durch eine hohe Mauer getrennt war. Die Leute, die dort unten kampieren, werden auf der Straße geboren. Sie verbringen ihr ganzes Leben auf der Straße und sterben auf der Straße. Außer den Kleidern, die sie am Leib tragen, und ein paar Kochtöpfen besitzen sie gar nichts. Es sind die Unberührbaren, die Ärmsten der Armen, sagte Timothy Bruce, der neben Alex an die Brüstung getreten war und deutete auf die Behausungen aus Lumpen am Straßenrand auf der anderen Seite der Mauer. Alex spürte, dass Zorn und Abscheu in ihm hochkochten, wie er da auf dem Balkon dieses protzigen Hotels stand und auf all das Elend hinuntersah. Später traf er Nadja und dachte, ihr müsse es ähnlich gehen, aber sie verstand gar nicht, was er meinte. Sie selbst besaß nur das Lebensnotwendige und fühlte sich von dem Prunk des Palastes wie erschlagen. Ich glaube, draußen bei den Unberührbaren würde ich mich wohler fühlen als hier drinnen mit all diesen Sachen, Jaguar. Mir ist übel. Hier gibt es nicht ein einziges Stück nackte Wand. Nirgends kann man die Augen ausruhen. Zu viel Luxus. Ich ersticke. Und was katzbuckeln diese Prinzen hier dauernd um uns herum? Sie nickte in Richtung der Männer mit den Brokatuniformen und den federverzierten Turbanen. Das sind doch keine Prinzen, Agila, gluckste Alex. Das sind die Hotelangestellten. Sag ihnen, sie sollen weggehen. Wir brauchen sie nicht. Das ist ihr Job. Wenn ich sie wegschicke, sind sie beleidigt. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Alex ging mit Nadja wieder auf den Balkon, um noch einmal die in Lumpen gehüllten Unberührbaren zu sehen. Aber er hielt es nicht lange aus, nahm welche von seinen wenigen Dollars, verließ das Zimmer, wechselte die Scheine an der Rezeption gegen Rupien und wollte die Münzen draußen verteilen. Nadja war auf dem Balkon geblieben und folgte ihm mit dem Blick. Sie sah ihn durch den Garten auf die Hotelmauer und die Masse der Armen dahinter zugehen. Sie sah, wie er das schmiedeeiserne, bewachte Tor hinter sich ließ, wie er sich unter die Leute mischte und einigen Kindern, die auf ihn zukamen, Münzen in die Hand drückte. Im nächsten Moment war er umringt von einer Traube zerlumpte Gestalten. Die Nachricht, dass da ein Ausländer Geld verschenkte, musste sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben, denn von allen Seiten drängten jetzt mehr und mehr Leute auf ihn zu, wie eine unaufhaltsame Lawine aus Leibern. Als Nadja begriff, dass es eine Frage von Minuten sein würde, bis Alex von den Menschenmassen zu Boden getrampelt war, rannte sie die Treppe hinunter und durch den Garten und schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Hotelgäste und Angestellte stürzten auf sie zu, fielen in ihr Rufen ein und stifteten nur noch mehr Verwirrung. Alle brüllten durcheinander, was jetzt zu tun sei, während die Sekunden dahin rasten. Es musste unverzüglich etwas geschehen, aber keiner schien zu wissen, was er machen sollte. Dann plötzlich war Tex' Gürteltier da und sofort kam Bewegung in die Sache. »Schnell, mir nach!« befahl er den bewaffneten Torwächtern. Er führte sie entschlossen mitten hinein in die brodelnde Menschenmasse auf der Straße, bahnte sich selbst mit den Fäusten einen Weg, während die Wachen mit ihren Gewehrkolben um sich schlugen. Tex' Gürteltier riss einem von ihnen die Waffe aus der Hand und feuerte zwei Schüsse in die Luft. Um ihn herum stockten die Leute mitten in der Bewegung, aber von hinten schoben immer noch mehr Menschen nach. Tex' Gürteltier nutzte die kurze Verwirrung, um sich bis zu Alexander vorzukämpfen, der sich schon mit zerfetzten Kleidern am Boden krümmte. Er angelte sich, Alexanders Brille, die wie durch ein Wunder unversehrt neben ihm lag, packte ihn unter den Achseln und zerrte ihn mit Hilfe der Wachen zurück in den sicheren Garten. Sofort schlossen sich die Palasttore hinter ihnen, während das Handgemenge hinter der Mauer in lautstarken Tumult überging. Wenn Dummheit wehtäte, wärst du bloß am Brüllen, Alexander. Mit deinen paar Dollars änderst du doch nichts. Indien ist Indien. Man muss es hinnehmen, wie es ist, sagte Kate Colt, als sie ihn blutverschmiert und verdreckt ankommen sah. Mit der Haltung würden wir heute noch in Höhlen hocken und uns gegenseitig die Knüppel überziehen, fauchte er sie an und wischte sich das Blut von der Nase. Das tun wir doch auch, mein Junge. Im Grunde tun wir das doch. Sie hätte ihn am liebsten in den Arm genommen, so stolz war sie auf ihn. Auf der Hotelterrasse saß eine Frau unter einem großen, weißen Sonnenschirm mit goldenen Trotteln und hatte die ganze Szene beobachtet. Sie musste Mitte 40 sein, wirkte aber jünger, war schlank, groß gewachsen und sah sportlich aus in ihrem leichten, kakifarbenen Zweiteiler aus Hose und Hemd. Zwischen ihren Füßen, die in Sandalen steckten, lag eine stark abgenutzte Lederhandtasche auf dem Boden. Ihre schwarzen, glatten Haare mit einer einzigen breiten, weißen Stirnlocke umrahmten ein Gesicht von klassischer Schönheit. Kastanienbraune Augen, dichte, geschwungene Brauen, eine gerade Nase und ein ausdrucksvoller Mund. Obwohl sie so schlicht gekleidet war, wirkte sie vornehm und elegant. Du bist sehr mutig, wandte sich die Unbekannte eine Stunde später an Alex, als sich die Gruppe des International Geographic auf der Hotelterrasse zusammenfand. Er spürte, dass seine Ohren glühten. Aber du solltest vorsichtiger sein, du bist hier nicht zu Hause. Die Frau sprach fehlerfreies Englisch, allerdings hatte sie einen leichten europäischen Akzent, der es einem schwer machte zu erraten, wo sie eigentlich herkam. Gerade brachten zwei Hoteldiener auf riesigen silbernen Tabletts für Kate und die anderen Chai, indischen Tee, der mit Milch, Gewürzen und jeder Menge Zucker getrunken wird. Kate lud die fremde Frau dazu ein. Sie hatte auch Tex' Gürteltier gefragt, ob er sich anschließen wolle, denn sie war ihm sehr dankbar, dass er so schnell gehandelt und ihrem Enkel das Leben gerettet hatte, aber der Mann hatte gesagt, er trinke lieber ein Bier und saß jetzt Zeitung lesend etwas abseits. Alex wunderte sich, dass dieser komische Freak, der mit einem verschlissenen Seesack und einem Schlafsack reiste, in dem Maharaja-Palast abgestiegen war, aber wahrscheinlich kostete das gar nicht so viel. Für jemanden, der Dollars besaß, war Indien spottbillig. Kate Colt und ihr Gast plauderten miteinander und hatten sehr bald herausgefunden, dass alle unterwegs ins Reich des Goldenen Drachen waren. Die Unbekannte stellte sich als Judith Kinski vor, Sie war Gartenarchitektin und erzählte ihnen, sie reise auf offizielle Einladung des Königs, den sie zu ihrer großen Freude vor kurzem persönlich kennenlernen durfte. Sie hatte erfahren, dass der Monarch in seinem Land einen Tulpengarten anlegen wollte und ihm daraufhin in einem Brief ihre Dienste angeboten. Sie war davon überzeugt, dass Tulpenzwiebeln auch im Klima und im Boden des verbotenen Reichs gedeihen konnten, wenn man die Anlage sorgfältig plante. Der König hatte sie wenig später um ein persönliches Gespräch gebeten und auf ihr Anraten hin hatten sie sich in Amsterdam getroffen, wo sie die weltberühmten holländischen Tulpen direkt vor Ort bewundern konnten. Seine Majestät weiß mehr über Tulpen als die meisten Fachleute, deshalb brauchte er mich eigentlich überhaupt nicht und könnte seine Pläne auch ganz allein in die Tat umsetzen, aber offensichtlich haben ihm einige von meinen Gartenentwürfen, die ich ihm gezeigt habe, gut gefallen und so hat er mir freundlicherweise diesen Auftrag gegeben, erzählte sie. Wir haben uns lange über sein Vorhaben unterhalten, für sein Volk neue Parks und Gärten anzulegen, in denen neben den heimischen Pflanzen auch andere wachsen sollen. Er weiß, dass man sehr behutsam vorgehen muss, will man das ökologische Gleichgewicht nicht stören, im Verbotenen Reich gibt es noch einige Pflanzen, Vögel und kleine Säuger, die sonst überall ausgestorben sind. Das Land ist eine ökologische Schatzkammer. Für die Reisenden des International Geographic lag es auf der Hand, dass der König von Judith Kinski genauso angetan gewesen sein musste wie sie. Die Frau schlug einen in den Bann. Sie wirkte so selbstgewiss und gleichzeitig so anziehend weiblich, sie mussten sich zusammenreißen, denn am liebsten hätten sie Judith Kinski unentwegt angestarrt. Der König ist ein Vorkämpfer für die ökologische Sache. Schade, dass es nicht mehr von der Sorte unter den Regierenden gibt, sagte Kate. Er hat den International Geographic abonniert. Deshalb hat er uns gestattet, die Reportage über sein Land zu machen und dafür gesorgt, dass wir Visa bekommen. Ein faszinierendes Land, sagte Judith Kinski. Waren Sie schon einmal dort? Wollte Timothy Bruce wissen. Nein, aber ich habe viel darüber gelesen. Ich habe versucht, mich möglichst gut auf dieser Reise vorzubereiten. Nicht nur auf meine Arbeit, sondern auch darauf, wie die Menschen dort leben, auf ihren Alltag, ihre Zeremonien. Ich möchte sie nicht mit meinen rüden westlichen Manieren vor den Kopf stoßen. Sie lächelte. Bestimmt haben Sie auch von diesem sagenumwobenen goldenen Drachen gehört, sagte Timothy Bruce. Es heißt, dass ihn außer den Königen nie jemand gesehen hat. Vielleicht ist er bloß eine Legende? Sie zuckte die Achseln. Das Thema wurde nicht weiter vertieft, aber Alex hatte bemerkt, wie die Augen seiner Großmutter kurz aufgeleuchtet hatten und erriet, dass sie alles daran setzen würde, diesen Schatz zu Gesicht zu bekommen. Sie war schließlich mit Leib und Seele Reporterin und die Herausforderung, als erste die Existenz dieses Drachen zu beweisen, musste sie unwiderstehlich reizen. Kate Colt und Judith Kinski tauschten Nettigkeiten aus und versicherten einander, dass sie sich helfen würden, wie das unter Ausländern üblich ist, die in eine unbekannte Gegend reisen. Am anderen Ende der Terrasse saß Tex Gürteltier mit der Zeitung auf den Knien bei seinem Bier. Seine Augen konnte man hinter der verspiegelten Sonnenbrille nicht sehen, aber Nadja spürte, dass sein Blick prüfend auf der Gruppe ruhte. Es blieben ihnen nur drei Tage, um sich die Stadt anzusehen. Zum Glück sprachen viele Leute Englisch, denn Indien war ja früher britische Kolonie gewesen. Aber Kate hatte gesagt, sie sollten sich keine Hoffnungen machen. In der kurzen Zeit würden sie Neu-Delhi doch nur von außen betrachten können, und die verzwickte indische Gesellschaft zu verstehen, sei ohnehin eine Lebensaufgabe. Die Gegensätze konnten einen in den Wahnsinn treiben. Unfassbares Elend auf der einen, Schönheit und Überfluss auf der anderen Seite. Millionen von Menschen hier konnten weder lesen noch schreiben, und gleichzeitig wurden an den Universitäten die besten Techniker und Wissenschaftler ausgebildet. In den Dörfern gab es kein Trinkwasser, aber das Land baute Atombomben. Indien besaß die größte Filmindustrie der Welt und die größte Zahl von Sadhus, die sich mit Asche bestreuten und sich nie die Haare und Fingernägel schnitten. Allein, um bei den vielen tausend hinduistischen Göttern durchzublicken oder das Kastensystem zu verstehen, hätte man Jahre gebraucht. Alex, der aus den Vereinigten Staaten gewöhnt war, dass man aus seinem Leben mehr oder weniger machen konnte, was man wollte, fand es fürchterlich, dass einem der Lebensweg durch die Kaste, in die man hineingeboren wurde, vorgezeichnet sein sollte. Nadja dagegen hörte sich Kates Erklärungen kommentarlos an. Wenn du hier geboren wärst, könntest du noch nicht einmal selbst entscheiden, wen du heiraten willst, Agila. Mit zehn hätten sie dich an einen 50-jährigen Schmerbauch verheiratet. Dein Vater hätte alles eingefädelt und du dürftest noch nicht einmal Piep sagen. Alex war empört. Bestimmt würde mein Vater eine bessere Wahl treffen als ich. Nadja grinste. Hast du sie noch alle? Ich würde mir das nie gefallen lassen. Wenn wir bei den Nebelmenschen am Amazonas aufgewachsen wären, müssten wir mit vergifteten Pfeilen auf die Jagd gehen, um für etwas Essbares zu sorgen. Wären wir hier aufgewachsen, würden wir es ganz normal finden, dass unsere Eltern uns verheiraten, sagte Nadja. Wie kannst du so ein Leben verteidigen? Sieh dich doch mal um, all die Armen. Würdest du so leben wollen? Nein, Jaguar. Aber ich würde auch nicht zwischen lauter unnützem Krempel leben wollen. Zusammen mit Kate besichtigten Alex und Nadja Paläste und Tempel und streiften über Märkte, wo Alex Armkettchen für seine Mutter und seine Schwestern erstand und Nadja sich wie eine indische Braut die Hände mit Henna bemalen ließ. Das würde ungefähr drei oder vier Wochen halten und sah ein bisschen so aus, als hätte sie feine rote Spitzenhandschuhe an. Borobar hockte wie immer auf ihrer Schulter oder klammerte sich an ihre Hüfte, erregte aber keinerlei Aufsehen, denn anders als in New York waren Affen hier ein alltäglicherer Anblick als Hunde. Auf einem Platz saßen zwei Schlangenbeschwörer im Schneidersitz und spielten auf ihren Flöten. Die Kobras stiegen aus ihren Körben und folgten wie sich windende schwarze Stöcke den Bewegungen der Flöten. Als Borobar das sah, kreischte er, sprang von Nadjas Schulter und brachte sich schleunigst auf einer Palme Insicherheit. Nadja ging auf die Schlangenbeschwörer zu und wisperte etwas. Plötzlich drehten sich die Schlangenköpfe zu ihr um und die gespaltenen Zungen zischelten heraus. Vier Pupillenschlitze bohrten ihren Blick wie Messer in Nadja. Bevor irgendwer begreifen konnte, was vorging, waren die Kobras aus ihren Körben geglitten und schlängelten auf Nadja zu. Ein Aufschrei ging durch die Menge und die umstehenden Stoben auseinander. Von einem Augenblick auf den anderen war der Platz wie leergefegt, nur Alex und seine Großmutter hatten sich, gelähmt vor Schreck, nicht von der Stelle bewegt. Die Schlangenbeschwörer versuchten verzweifelt, die Tiere mit ihren Flöten zurückzulocken, trauten sich jedoch nicht nahe heran. Nadja stand völlig gelassen da und sah ziemlich erheitert aus. Sie rührte sich auch keinen Millimeter von der Stelle, als sich die Kobras unablässig zischelnd ihre Beine hinauffanden, sich um ihre schmale Taille ringelten, ihren Hals und schließlich ihr Gesicht erreichten. In kalten Schweiß gebadet, hatte Kate zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Ihre Beine knickten unter ihr weg, sie sackte Käse weiß im Gesicht und mit verdrehten Augen auf den Boden und konnte keinen Ton herausbringen. Als Alex sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, wusste er sofort, dass er sich nicht bewegen durfte. Seine Freundin hatte ihm oft gezeigt, dass sie magische Fähigkeiten besaß. Bei ihr zu Hause hatte er einmal gesehen, wie sie einer Surukuku, eine der gefährlichsten Giftschlangen der Welt, mit der bloßen Hand gepackt und weit weggeschleudert hatte. Solange keiner etwas Unbedachtes tat und die Kobras aufscheuchte, würde Agila nicht zustoßen. Es vergingen mehrere Minuten, bis Nadia schließlich in ihrer Waldsprache einen Befehl gab und die Schlangen an ihr hinab und zurück in die Körbe glitten. Sofort warfen die Schlangenbeschwörer die Deckel darüber, rafften alles zusammen und rannten weg, denn diese Ausländerin mit den Federn im Haar konnte doch nur ein Dämon sein. Nadia rief Borobat zu sich und als der wieder auf ihrer Schulter hockte, schlenderte sie in aller Seelenruhe weiter über den Platz. Alex ging wortlos hinter ihr her und fand es urkomisch, dass seine unerschrockene Großmutter zumindest dieses eine Mal restlos die Fassung verloren hatte. Die Skorpion-Sekte An ihrem letzten Tag in Neu-Delhi brauchte Kate mehrere Stunden, um in einem Reisebüro die letzten Formalitäten zu klären und der Gruppe einen Platz in der Maschine zu sichern, die nur einmal wöchentlich ins Reich des goldenen Drachen flog. Nicht, dass starker Andrang nach Plätzen geherrscht hätte, das Flugzeug war nur winzig klein. Während sie also diese Angelegenheiten erledigte, erlaubte sie Nadia und Alexander, sich allein das rote Fort anzusehen, das nicht weit vom Hotel entfernt war. Ihr trennt euch auf gar keinen Fall und dass ihr mir vor Sonnenuntergang wieder im Hotel seid, hatte Kate gesagt. Bis zu seiner Unabhängigkeit 1949 war Indien britische Kolonie gewesen und hatte mit seinen Reichtümern an Gewürzen, Stoffen und Tee als das kostbarste Juwel der britischen Krone gegolten. Damals war das rote Fort von den englischen Truppen als Stützpunkt genutzt worden. Danach stand es leer. Für die Touristen war nur ein kleiner Teil dieser monumentalen Festungsanlage geöffnet. Kaum jemand wusste etwas von ihren Eingeweiden, einem wahren Labyrinth aus unterirdischen Gängen und verborgenen Kammern, das sich wie die Tentakel eines Tintenfischs unter der Stadt erstreckte. Nadja und Alex mischten sich unter eine Gruppe von Touristen, denen ein Fremdenführer auf Englisch erklärte, was es zu sehen gab. Bis ins Innere des Forts drang die schwüle Mittagshitze nicht vor. Hier war es kühl und die Feuchtigkeit der Jahrhunderte hatte grüne Algenflecken an den Mauern sprießen lassen. In der Luft hing ein beißender Gestank, der Geruch von Tausenden und Abertausenden von Ratten, die in den Kellern lebten und nachts nach oben kamen, wie der Fremdenführer erklärte. Die Touristen hielten sich Mund und Nase zu und einige stürzten ins Freie. Plötzlich zupfte Nadja Alex am T-Shirt und deutete in eine Ecke des Saales, wo Tex' Gürteltier an einer Säule lehnte und sich suchend umsah, als erwarte er jemanden. Nadja wollte schon hingehen und Hallo sagen, aber Alex hielt sie am Arm zurück. Warte, Agila, ich will wissen, was dieser Typ hier macht. Der gefällt mir nicht. Er hat dir das Leben gerettet, schon vergessen? Nein, aber irgendwas ist komisch an dem. Was? Er sieht aus wie verkleidet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er hinter Drogen her ist, wie er uns im Flugzeug weismachen wollte. Hast du seine Muskeln gesehen? Der kann doch vor Kraft kaum laufen. Der würde gut in einen Karate-Film passen. Wie ein Junkie sieht er jedenfalls nicht aus. Zwischen den Besuchergruppen verborgen, ließen sie ihn nicht aus den Augen. Mit einem Mal war wenige Schritte neben Tex' Gürteltier ein großgewachsener Mann aus der Menge getreten, der eine Tunika und einen Turban aus schwarz-blauem Stoff trug. Seine Haut hatte fast die gleiche Farbe. Vor dem Bauch spannte sich eine breite, schwarze Scherpe, in der ein Krummsäbel mit Knochengriff steckte. In seinem dunklen Gesicht mit dem langen Bart und den buschigen Augenbrauen glühten pechschwarz die Augen. Alex und Nadja sahen, wie der Neuankömmling und der Amerikaner einander kurz zunickten, dann verschwand der Turban-Träger hinter einem Mauervorsprung, Tex' Gürteltier folgte ihm, und Nadja und Alex brauchten es nicht auszusprechen. Natürlich wollten sie wissen, was da vorging. Nadja flüsterte Boruba ins Ohr, er solle bei ihr bleiben und sich still verhalten. Das Äffchen hängte sich wie ein Rucksack an ihren Rücken. Sie drückten sich an den Mauern entlang und huschten von Säule zu Säule in einigen Metern Abstand hinter Tex' Gürteltier her. Es war unverkennbar, dass er sich Mühe gab, nicht gesehen zu werden, und manchmal verloren sie ihn tatsächlich aus den Augen, denn dieses Fort war ein verwinkelter Irrgarten, aber jedes Mal hatte Nadja die richtige Eingebung und fand ihn wieder. Schon waren sie weit von den anderen Touristen entfernt, hörten und sahen niemanden mehr. Sie durchquerten Säle, stiegen schmale Treppen mit ausgetretenen, verwitterten Stufen hinunter und folgten langen Korridoren. Zu dem beißenden Gestank kam jetzt ein lauter werdendes Gezischel wie ein aus dem Takt geratenes Grillenkonzert. Nicht noch tiefer, Agila, das sind die Ratten, die können gefährlich werden, flüsterte Alex. Wenn die da vorn hinuntergehen, warum dann wir nicht? Die beiden schlichen immer weiter durch die unterirdischen Gänge und redeten nicht mehr, denn jedes Geräusch hallte gespenstisch an den Wänden wieder. Alex fragte sich, wie sie je wieder nach oben finden sollten, aber er hielt den Mund, denn er wollte vor Nadja nicht als Angsthase dastehen. Auch, dass es hier unten vielleicht Schlangennester gab, sagte er nicht, schließlich hatte er Nadja mit den Kobras gesehen, also konnte er sich die Unkerei wohl sparen. Am Anfang war noch etwas Licht durch kleine Spalten in der Decke und in den Mauern gefallen, aber nun war es über weite Strecken ziemlich finster und sie mussten sich an den Wänden entlang vorwärts tasten. Hier und da hingen Glühbirnen und warfen einen schwachen Schein auf die herumwuselnden Ratten. Die Elektrokabel hingen wenig vertrauenserweckend von der Decke, der Boden war feucht und an manchen Stellen quoll stinkendes Wasser aus Mauerritzen. Bald hatten sie nasse Füße und Alex verscheuchte den Gedanken daran, was wohl passierte, wenn man durch Nest eines der blanken Kabel berührte. So ein Stromschlag war vermutlich auch weniger schmerzhaft als ein Angriff der Ratten, die immer dreister wurden und ihren Schritten kaum mehr auswichen. Nicht drauf achten, Jaguar, wisperte Nadja. Sie trauen sich nicht dran, aber wenn sie mitkriegen, dass wir Angst haben, beißen sie. Plötzlich war Tex' Gürteltier wieder verschwunden. Alex und Nadja hatten einen kleinen Gewölbekeller erreicht, der wohl einmal zur Lagerung von Munition oder Lebensmitteln gedient hatte. An drei Seiten gingen dunkle Gänge ab. Alex deutete wortlos mal auf den einen, mal auf den anderen. Nadja schüttelte den Kopf und wusste zum ersten Mal nicht weiter. Sie klaubte Borobah von ihrem Rücken, setzte ihn auf den Boden und gab ihm einen Klaps, damit er für sie entschied. Hastig rettete sich der Affe wieder auf ihre Schulter. Er war wasserscheu und Ratten konnte er auch nicht leiden. Nadja wisperte ihm ins Ohr, er solle vorgehen, aber er wollte sie nicht loslassen und deutete bloß mit zitternden Fingern auf die rechte Maueröffnung, die schmalste der drei. Nadja und Alex folgten Borobahs Fingerzeig und zwängten sich in den Gang, in dem man fast gar nicht sehen konnte, denn hier hingen keine Glühbirnen mehr. Nadja konnte zwar aufrecht gehen, aber Alex stieß sich den Kopf und schrie auf. Eine Wolke von Fledermäusen löste sich aus dem Dunkel und hüllte sie ein und Borobah flüchtete sich erschrocken unter Nadjas T-Shirt. Da lauschte Alex in sich hinein und rief den schwarzen Jaguar. Wenige Sekunden nur und er konnte seine Umgebung erahnen, als hätte er Antennen. Er hatte das monatelang geübt, seit er am Amazonas erfahren hatte, dass der schwarze Jaguar, der König des südamerikanischen Regenwaldes, sein Totentier war. Alex war ein bisschen kurzsichtig und im Dunkeln war er selbst mit Brille ziemlich hilflos, aber manchmal gelang es ihm, die Raubkatze heraufzubeschwören und er vertraute auf ihren Instinkt. Jetzt schob er Nadja sachte vor sich her und sah mit dem Herzen, wie sie das nannte. Ein gutes Stück weiter blieb Alex plötzlich wie angewurzelt stehen und packte Nadja fest am Arm. Einen Schritt vor ihnen bog der Gang scharf nach links ab. An der gegenüberliegenden Wand konnten sie einen schwachen Lichtschein erkennen und deutlich drangen Stimmen bis zu ihnen. Ganz vorsichtig streckten sie die Köpfe vor und sahen, dass der Gang etwa drei Meter weiter in ein Kellergewölbe mündete, wie der Vorratsraum, den sie gerade verlassen hatten. Tex' Gürteltier, der Mann mit der dunklen Tunika und noch zwei andere, die genauso gekleidet waren, hockten im Kreis um eine Öllampe, in deren schwach flackerndem Schein sie gut zu sehen waren. Näher konnten Nadja und Alex nicht herangehen, denn dort gab es keine Deckung mehr. Die Typen sahen nicht aus, als würden sie sich über Besuch freuen. Alex schoss kurz durch den Kopf, dass keine Menschenseele wusste, wo sie waren, es konnte Tage, vielleicht Wochen dauern, bis jemand ihre abgenagten Knochen hier fand. Und er wäre daran schuld, wenn Nadja etwas passierte, schließlich war es seine Idee gewesen, hinter Tex' Gürteltier herzugehen, und das hier fand er jetzt überhaupt nicht mehr komisch. Die Männer redeten Englisch miteinander, und Tex' Gürteltier war gut zu verstehen, aber bei den anderen konnte man bloß raten, was es heißen sollte. Eins war allerdings auch ohne Worte schnell klar, es ging um ein Geschäft. Sie sahen, wie Tex' Gürteltier dem einen, der offensichtlich der Anführer war, ein Bündel Geldscheine in die Hand drückte. Dann besprachen die vier lange so etwas wie einen Aktionsplan, es war von Waffen die Rede, von Bergen und von einem Tempel oder Palast, da waren sich Alex und Nadja nicht ganz sicher. Der Anführer faltete eine Landkarte auf, legte sie auf den Boden, strich sie mit der Hand glatt und fuhr mit der Spitze seines Säbels einen Weg nach. Die Öllampe beleuchtete den Mann von vorn, sodass die beiden ihn gut sehen konnten. Was auf der Karte war, konnte man dagegen auf diese Entfernung nicht erkennen, aber Nadja und Alex fiel ein Brandzeichen auf dem dunklen Handrücken auf, das sich am Knochengriff des Säbels wiederholte. Es war ein Skorpion. Für Alexanders Gefühl hatten sie genug gesehen und er drängte darauf, abzuhauen, ehe die Männer ihr Treffen für beendet erklärten. Es gab nur einen einzigen Weg aus diesem Gewölbe und dort standen sie. Sie mussten schleunigst hier verschwinden. Nadja bot Boroban noch einmal um Rat und der Affe zeigte ihnen von Nadjas Schulter aus ohne Schwierigkeiten den Weg. Alex, dem ein Stein vom Herzen fiel, dachte an das, was sein Vater ihm immer geraten hatte, wenn sie zusammen Bergsteigen gingen. Nimm dir die Hindernisse eines nach dem anderen vor. Wenn du darüber nachdenkst, was womöglich noch alles auf dich zukommt, vergeudest du bloß deine Energie. Jetzt fand er es ein bisschen albern, dass er sich ständig solche Sorgen machte, als würde alles immer nur von ihm abhängen. Schließlich hatte ihm Nadja doch oft genug bewiesen, dass sie eine Menge drauf hatte. Er sollte sie nicht unterschätzen. Eine Viertelstunde später waren sie wieder auf dem Niveau der Straße und hörten schon bald die Stimmen der Touristen. Schnell mischten sie sich unter die Menge, Tex' Gürteltier sahen sie nicht mehr. »Weißt du etwas über Skorpione, Kate?« fragte Alex seine Großmutter, als sie sich im Hotel wieder trafen. »In Indien gibt es ein paar, die ziemlich giftig sind. Falls dich einer gestochen hat, kannst du dran sterben. Hoffentlich fragst du nicht deshalb. Für Beerdigungen habe ich jetzt keine Zeit.« Sie sagte das so dahin. »Bisher hat mich keiner gestochen.« »Wieso fragst du dann?« »Weil ich gerne wissen würde, ob der Skorpion etwas bedeutet, ob er zum Beispiel ein religiöses Symbol ist. Die Schlange ist eins, vor allem die Kobra. Es heißt, dass Buddha während der Meditation von einer riesigen Kobra beschützt worden ist. Aber der Skorpion? Keine Ahnung. Kannst du etwas darüber herausfinden? Ich müsste die Nervensäge Ludovic Leblanc danach fragen. Willst du mir allen Ernstes ein solches Opfer abverlangen, mein Junge? »Vielleicht ist es wichtig, Oma. Äh, sorry. Kate, natürlich.« Sie stöpselte ihren Laptop ein und schickte dem Professor eine Nachricht. Schon wegen der Zeitverschiebung hätte sie nicht mit ihm telefonieren können. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie auf eine Antwort würde warten müssen, hoffte jedoch, dass sie schnell käme. Denn im verbotenen Reich würde sie vielleicht keinen Internetanschluss haben. Weil sie nun schon einmal dabei war, schrieb sie gleich noch eine Mail an ihren Freund Isaac Rosenblatt, um ihn nach diesem goldenen Drachen zu fragen, den es angeblich in dem Land gab, in das sie fuhren. Zu ihrer Überraschung meldete sich der Juwelier sofort. »Mädchen, wie schön von dir zu hören. Natürlich weiß ich etwas über diese Statue. Jeder Juwelier, der etwas auf sich hält, kennt die Beschreibung. Es handelt sich nämlich um eines der ungewöhnlichsten Objekte der Welt und um eines der kostbarsten noch dazu. Allerdings hat außer den Königen nie irgendwer diesen berühmten Drachen gesehen und Fotos gibt es auch keine, nur einige Zeichnungen. Er ist ungefähr zwei Fuß lang und es heißt, er sei aus purem Gold. Aber das ist noch nicht alles. Die Goldschmiedearbeit ist sehr alt und einzigartig schön. Außerdem ist er mit Edelsteinen besetzt, allein die beiden völlig gleichen, makellosen Sternrubine in seinen Augen sind ein Vermögen wert. Warum fragst du? Du willst ihn doch nicht etwa stehlen, wie diese drei Amazonas-Diamanten? Anstatt ihm noch einmal zu erzählen, dass Nadja die Steine gefunden hatte, versicherte Kate dem Juwelier, genau das habe sie vor. Ihr konnte es nur recht sein, wenn Isaac Rosenblatt ihr einen Coup dieser Größenordnung zutraute. Dadurch würde das Interesse ihres alten Verehrers nicht nachlassen. Sie lachte auf, als sie die Antwort abschickte, aber das Lachen wurde schnell zum Husten. Ihre unzähligen Westentaschen betastend, fand sie schließlich den Flachmann mit der Amazonas-Medizin. Professor Leblancs Antwort kam am nächsten Morgen. Und sie war wortreich und verworren wie alles, was er von sich gab. Erst beschrieb er umständlich, dass er neben all seinen sonstigen Verdiensten auch der erste Anthropologe gewesen sei, der die Bedeutung des Skorpions für die Mythologie der Sumerer, Ägypter und Hindus entdeckt hatte, und dann bla 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 hatte er noch 23 Absätze lang über seine Kenntnisse und seine weltbewegende Weisheit. Aber hier und da verstreut, fanden sich in den 23 Absätzen einige aufschlussreiche Informationen, die Kate allerdings erst aus diesem Wortgestrüpp herausklauben musste. Sie schnaubte entnervt. Dieser eingebildete Fatzke war in der Tat eine Zumutung. Sie musste den Brief mehrmals lesen, bis sie das Entscheidende zusammenfassen konnte. Also, Leblanc schreibt, dass es in Nordindien eine Sekte gibt, die den Skorpion verehrt. Ihre Mitglieder tragen einen Skorpion als Erkennungszeichen. Sie brennen ihn sich in die Haut, in der Regel auf den Rücken der rechten Hand. Sie stehen im Ruf, blutgierig, borniert und abergläubisch zu sein, erklärte sie Alexander und Nadja. Die Sekte werde gehasst, weil sie während des indischen Unabhängigkeitskampfes die Drecksarbeit für das englische Militär erledigt und ihre eigenen Landsleute gefoltert und ermordet hatte. Auch heute noch wurden die Sektenmitglieder als bezahlte Mörder angeheuert, denn sie waren wilde Kämpfer und berüchtigt für ihren zielsicheren Umgang mit dem Dolch. Sie führen ein Leben als Banditen und Schmuggler, aber sie verdingen sich auch als Killer, sagte Kate. Jetzt erzählte ihr Alex, was sie im Roten Fort gesehen hatten. Falls Kate in Versuchung war, ihnen die Leviten zu lesen, weil sie sich derart in Gefahr gebracht hatten, ließ sie sich zumindest nichts anmerken. Seit ihrer gemeinsamen Reise an den Amazonas war sie abgehärtet. Diese Kerle gehören zweifellos zur Skorpionsekte. Le Blanc schreibt, die Sektenmitglieder tragen Umhänge und Turbane aus Baumwolle, die mit Indigo gefärbt ist. Das ist eine Pflanzenfarbe. Der Farbstoff dringt in die Haut ein und nach ein paar Jahren wird erfasst wie eine Tätowierung und lässt sich nicht mehr abwaschen. Deshalb werden sie auch die Blauen Krieger genannt. Sie sind Nomaden, leben auf ihren Pferden, besitzen nichts als ihre Waffen und werden von klein auf zum Kämpfen ausgebildet, sagte Kate. »Haben die Frauen auch blaue Haut?«, wollte Nadja wissen. »Komisch, dass du danach fragst. Es gibt keine Frauen in der Sekte.« »Wie können sie dann Kinder haben?« »Keine Ahnung. Vielleicht haben sie keine?« »Aber wenn sie von klein auf zum Kämpfen ausgebildet werden, muss es in der Sekte doch Kinder geben,« ließ Nadja nicht locker. »Möglich, dass sie sich welche stehlen oder kaufen.« »In diesem Land gibt es viel Elend. Viele Kinder werden verlassen oder verkauft, wenn ihre Eltern sie nicht ernähren können.« »Was hat Techs Gürteltier bloß mit der Skorpion-Sekte zu schaffen?« Alex starrte vor sich hin. »Bestimmt nichts Gutes,« sagte Nadja. »Glaubst du, es hat was mit Drogen zu tun?« »Im Flugzeug hat er doch davon gesprochen, dass es im Verbotenen Reich jede Menge Marihuana und Opium gibt.« »Der Kerl läuft uns hoffentlich nicht mehr über den Weg, aber falls doch, legt ihr euch nicht mit ihm an. Ist das klar?« Kates Ton duldete keinen Widerspruch. Nadja und Alex nickten, aber Kate war der Blick, den sie sich zugeworfen hatten, nicht entgangen, und sie ahnte, dass gegen die Neugier der beiden kein Kraut gewachsen war. Eine Stunde später war die Gruppe des International Geographic am Flughafen versammelt, um die Maschine nach Tunkala zu nehmen. Judith Kinski gesellte sich zu ihnen, denn auch sie würde mit in die Hauptstadt des Verbotenen Reichs fliegen. Die Gartenarchitektin trug ein weißes Leinenkleid und darüber einen dazu passenden leichten Mantel. Sie hatte Stiefel an und die abgeschabte Lederhandtasche dabei, die sie schon kannten. Auf einem Gepäckwagen standen zwei Koffer aus einem dicken Teppichstoff, die teuer, aber ebenfalls ziemlich gebraucht aussahen. Sie musste viel damit gereist sein, allerdings wirkten weder ihre Kleidung noch ihr Gepäck nachlässig. Dagegen sahen die Mitglieder der Expedition des International Geographic aus, als hätten sie sie soeben mit ihrer letzten Habe vor einer Naturkatastrophe gerettet, wie sie da in ihren verwaschenen, zerknautschten T-Shirts zwischen all den Kisten und Rucksäcken standen. Das Flugzeug war eine alte Propellermaschine, die Platz für acht Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder bot. Außer ihnen gingen ein indischer Geschäftsmann und ein junger Arzt an Bord. Der hatte gerade seinen Abschluss an einer Universität in Neu-Delhi gemacht und kehrte nun nach Hause zurück. Nadja war schon jetzt schweißgebadet und Timothy Bruce raunte, dieses Miniflugzeug könne es doch unmöglich mit den Bergen des Himalaya aufnehmen, aber der Pilot lächelte sie an und sagte, sie sollten sich keine Sorgen machen. Er flog die Strecke nun schon seit zehn Jahren und es war noch nie etwas Schlimmes passiert, obwohl der Wind meist recht stürmisch durch die Schluchten pfiff. Was für Schluchten? fragte Joel Gonzalez und rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. »Ich hoffe, Sie werden sie sehen können, denn das ist ein atemberaubender Anblick. Die beste Zeit ist von Oktober bis April, wenn der Himmel klar ist. Falls es bewölkt ist, sieht man gar nichts«, sagte der Pilot. »Aber heute ist es doch bewölkt«, warf Kate Colt ein. »Man sieht keinen einzigen Berg. Wie wollen Sie denn denen ausweichen?« »Die Wolken hängen tief. Sie werden gleich den blauen Himmel sehen. Außerdem kenne ich den Weg im Schlaf. Ich könnte mit verbundenen Augen fliegen. »Nicht nötig, junger Mann«, sagte Kate trocken. »In einer halben Stunde haben wir die Wolken wohl hinter uns«, beruhigte sie der Pilot und versicherte ihnen, dass sie Glück gehabt hatten, denn die Flüge wurden wegen des Wetters häufig verschoben. Jaguar und Agila waren froh, dass wenigstens Techs Gürteltier nicht mit an Bord war. Im Verbotenen Reich Was ihnen jetzt geschah, übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen. Eine Achterbahnfahrt war beschaulich dagegen. Die Ohren gingen ihnen zu und sie spürten eine saugende Leere im Magen, als das Flugzeug wie ein senkrecht abgefeuerter Pfeil in die Höhe schoss. Dann stürzten sie unvermittelt viele hundert Meter Schnabel abwärts und spürten, wie sich ihre Gedärme gegen die Schädeldecke pressten. Als man endlich hätte denken können, das Flugzeug habe sich etwas gefangen, riss der Pilot die Maschine in einer scharfen Kehre herum, um einem Himalaya-Gipfel auszuweichen, und die Passagiere standen fast auf dem Kopf. Danach das gleiche Ausweichmanöver zur anderen Seite. Durch die Fenster konnten sie links und rechts die Berghänge sehen und unten, sehr weit unten, klafften Schluchten, deren Grund kaum auszumachen war. Eine falsche Bewegung oder ein Zaudern des Piloten und diese Spielzeugmaschine würde an den Felsen zerschellen oder wie ein Stein vom Himmel fallen. Der Wind kam mal von hier, mal von da, schob sie einmal in einem Höllentempo an, blies dann plötzlich, kaum waren sie an einem Berg vorbei, von vorn, sodass es aussah, als würden sie sich nicht mehr vom Fleck bewegen. Der indische Geschäftsmann und der junge Arzt aus dem Verbotenen Reich klammerten sich etwas nervös an die Armstützen ihrer Sitze, versicherten indes, sie würden das schon kennen. Die anderen pressten sich beide Hände auf den Magen, um die Übelkeit und die Angst unter Kontrolle zu halten. Keiner sagte ein Wort. Bloß Joel González murmelte kreidebleich im Gesicht Gebete vor sich hin und streichelte das Silberkreuz um seinen Hals. Alle linsten von Zeit zu Zeit zu Judith Kinski hinüber, die es bei dem Geschaukel sogar schaffte, in einem Buch über Tulpen zu blättern. Ein paar Stunden, lang wie Tage, ging das so, bis sie schließlich das verbotene Reich von oben sehen konnten. Zwischen majestätischen, verschneiten Bergen schlängelten sich enge Täler, an deren hängen Terrassen mit üppiger subtropischer Vegetation hinaufwuchsen. Wie Ansammlungen weißer Puppenhäuschen konnte man hier und da verstreut Dörfer erkennen, manche davon an völlig unzugänglichen Stellen. Die kleine Hauptstadt lag am Ende eines langgezogenen Talkessels. Es schien ausgeschlossen hier zu landen, aber der Pilot war mit allen Wassern gewaschen. Er ging tiefer, machte über der Stadt Kehrt und hielt wenig später im Sturzflug auf eine kurze, in den Wald geschlagene Schneise zu. Als das Fahrwerk schließlich den Boden berührte, bejubelten ihn seine Passagiere wie einen Helden. Von draußen wurde eine kleine Treppe herangeschoben und die Flugzeugtür ging auf. Ächzend erhoben sich die Passagiere von ihren Sitzen und torkelten mit dem Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen oder die Besinnung zu verlieren, auf die Öffnung zu, bloß Judith Kinski bewahrte so etwas wie Haltung. Als Erste war Kate Colt an der Tür. Ein frischer Luftzug wehte ihr ins Gesicht und brachte sie zurück unter die Lebenden. Sie staunte nicht schlecht, denn am Fuß der Treppe lag ein kunstvoll geknüpfter Teppich, der vom Flugzeug bis zu einem kleinen, bunt bemalten Holzgebäude mit Pagodendach führte. Zu beiden Seiten des Teppichs standen Kinder mit Körben voller Blütenblätter im Arm. Die ganze Strecke war von schlanken Pfosten gesäumt, an denen lange Seidenstandarten im Wind flatterten. Etliche Musiker mit leuchtend bunten Gewändern und ausladenden Hüten standen mit Trommeln und Blechblasinstrumenten vor dem Holzgebäude. Am Fuß der Treppe warteten vier Würdenträger in festlichem Ornat. Seidenröcke mit breiten, straff gebundenen Scherpen in Dunkelblau, ein Zeichen für die Ministerwürde, lange mit Korallen und Türkisen bestickte Jacken, hohe, spitze Lederhüte mit Goldverzierungen und Bändern. In den Händen hielten sie dünne, weiße Schals. Huch, was für ein schöner Empfang, damit hatte ich gar nicht gerechnet, rief Kate und strich sich ihre grauen Pinselhaare und die fürchterliche tausend Taschenweste zurecht. Dann schritt sie, gefolgt von ihren Gefährten, die Treppe hinunter, lächelte und winkte, aber niemand erwiderte ihren Gruß. Sie gingen an den Würdenträgern und an den Kindern mit den Blumenkörben vorbei, ohne dass sie irgendwer eines Blickes würdigte, als wären sie Luft. Hinter ihnen kam Judith Kinski, gelassen, strahlend, vollkommen unzerknautscht. Da begannen die Musiker ein ohrenbetäubendes Getrommel und Getröte, die Kinder ließen einen Regen aus Blütenblättern niedergehen und die Würdenträger verbeugten sich tief. Judith Kinski erwiderte den Gruß mit einer leichten Neigung des Oberkörpers und streckte die Arme aus, damit die Minister die weißen Seidenschals, die Katas, darüberlegen konnten. Die Reisenden des International Geographic sahen, wie eine Abordnung festlich gekleideter Leute aus dem Gebäude mit dem Pagodendach trat. In der Mitte schritt ein Mann, der ungefähr 60 Jahre alt und größer war als die anderen. Er hatte etwas Jungenhaftes an sich, trug einen schlichten, langen Rock, einen sogenannten Sarong in Dunkelrot und ein safrangelbes Tuch über der linken Schulter. Sein rasierter Kopf war unbedeckt. Er ging barfuß und sein einziger Schmuck waren ein Gebetskettchen aus Bernsteinperlen am Arm und ein Medaillon, das um seinen Hals hing. Trotz seines schlichten Auftretens, das in solch krassem Widerspruch zu der pompösen Kleidung der anderen stand, wussten sie sofort, dass er der König war. Sie traten ein Stück zur Seite, um ihm Platz zu machen und folgten unwillkürlich dem Beispiel der Umstehenden, die sich tief verbeugten. Der König begrüßte Judith Kinski mit einer Neigung des Kopfes und sie erwiderte die Geste schweigend. Begleitet von einer Reihe komplizierter Ehrenbezeugungen tauschten sie dann die Begrüßungsschals. Judith Kinski durchlief die Zeremonie, ohne ein einziges Mal ins Stocken zu geraten. Sie hatte nicht übertrieben, als sie zu Kate Colt sagte, sie habe sich gründlich auf die Gepflogenheiten im verbotenen Reich vorbereitet. Als die förmliche Begrüßung beendet war, schenkten sie und der König einander ein herzliches Lächeln und gaben sich, wie im Westen üblich, die Hand. »Willkommen in unserem bescheidenen Land«, sagte der Monarch in einem sehr britischen Englisch. Der König und sein Gast zogen sich zurück, das vielköpfige Gefolge hinterher, während Kate und die anderen sich reichlich verdattert am Kopf kratzten. Judith Kinski musste ja mächtig Eindruck auf den König gemacht haben, dass der diese Landschaftsgärtnerin, die in seinem Park ein paar Tulpenzwiebeln vergraben sollte, empfing, wie eine Botschafterin mit Sondervollmachten. Sie waren gerade dabei, ihre Rucksäcke und die Kisten mit den Kameras und Stativen der Fotografen aus dem Flugzeug zu laden, als ein Mann zu ihnen trat, der sich als Wanji vorstellte, ihr Reiseführer und Dolmetscher. Er trug die landesübliche Tracht, einen Sarong mit einer gestreiften Scherpe, eine ärmellose, kurze Weste und weiche Lederstiefel. Kate wunderte sich über den italienischen Hut, so einen, wie man ihn von den Gangstern in Mafia-Filmen kennt. Sie verstauten das Gepäck in einem klapprigen Jeep, zwängten sich irgendwie dazwischen und fuhren los in Richtung Hauptstadt, die nach Wanjis Worten gleich davon lag, wobei die Fahrt dann knapp drei Stunden dauerte, weil sich das, was er Straße nannte, als schmaler, kurvenreicher Feldweg entpuppte. Ihr Reiseleiter sprach ein altmodisches Englisch und seine Betonung war gewöhnungsbedürftig, als habe er die Sprache aus Büchern gelernt und wenig Gelegenheit gehabt, sie auch tatsächlich einmal mit jemandem zu sprechen. Auf dem Weg sahen sie viele Wanderer in Mönchsumhängen, Männer und Frauen, Alte und Junge, manche noch Kinder von vielleicht fünf oder sechs Jahren, die mit ihren Blechnäpfen in der Hand an den Haustüren, um etwas zu essen baten. Auch schwer mit Taschen behängte Bauern, Jugendliche auf Fahrrädern und Ochsenkarren waren hier unterwegs. Die Menschen sahen alle sehr schön aus. Sie waren mittelgroß, ihre Gesichter hatten etwas Vornehmes und ihre Haltung war würdevoll. Alle lächelten, als hätten sie eine natürliche Neigung zum Frohsein. Die einzigen motorisierten Gefährte, die dem Jeep begegneten, waren ein uraltes Motorrad, das mehr schlecht als recht mit einem Regenschirm überdacht war und ein knallbunt bemalter Kleinbus, der ihnen vollgestopft mit Menschen, Tieren und Gepäck entgegenrumpelte. Sie mussten in den Graben ausweichen, denn der Weg war für zwei Vehikel zu schmal. Wanji sagte, der König besitze mehrere neue Automobile und Judith Kinski sei sicher bereits seit einer Weile im Hotel. Der König ist wie ein Mönch gekleidet, wunderte sich Alex. Seine Majestät ist unser geistliches Oberhaupt. Die ersten Jahre seines Lebens hat er in einem Kloster in Tibet verbracht. Er ist ein heiliger Mann, sagte Wanji und ließ für einen Moment das Steuer los, um die Hände vor dem Gesicht zu falten und den Kopf respektvoll zu neigen. Aber er ist doch verheiratet. Ich dachte, Mönche durften das nicht, sagte Kate Colt. Viele Mönche leben tatsächlich im Zölibat, aber der König soll heiraten, damit der Krone Kinder geschenkt werden. Seine Majestät ist Witwer. Seine geliebte Gattin starb vor zehn Jahren. Wie viele Kinder hat er denn? Sie wurden mit vier Söhnen und fünf Töchtern gesegnet. Einer seiner Söhne wird einmal König sein. Hier ist es nicht wie in England, wo der Älteste die Krone erbt. Bei uns wird der Sohn mit dem reinsten Herzen zu unserem König, wenn sein Vater stirbt, erklärte ihnen Wanji. Wie weiß man, welcher das reinste Herz hat? Wollte Nadja wissen. Der König und die Königin kennen ihre Kinder gut und schätzen sie eigentlich immer richtig ein, aber ihre Entscheidung muss vom großen Lama bestätigt werden, der die Sterne befragt und das ausgewählte Kind vielen Proben unterzieht, um zu ergründen, ob es wirklich die Wiedergeburt eines früheren Herrschers ist. Wanji erzählte ihnen, dass die Proben niemals fehlgingen. So musste der Prinz sieben Gegenstände erkennen, die schon dem ersten Herrscher im Reich des Goldenen Drachen vor 1800 Jahren gehört hatten. Die Gegenstände wurden mit anderen zusammen auf den Boden gelegt und das Kind wählte aus. Bestand es diese erste Probe, musste es ein Wildpferd reiten. Wenn das Kind die Wiedergeburt eines Königs war, spürte das Tier seine Macht und wurde ruhig. Auch musste der zukünftige König die eisigen Stromschnellen des heiligen Flusses durchschwimmen. Denjenigen, die ein reines Herz hatten, half die Strömung. Die anderen gingen unter. Die Proben für den Prinzen hatten noch nie versagt. Im Laufe seiner langen Geschichte hatten immer gerechte und weitblickende Herrscher das verbotene Reich regiert, sagte Wanji, und das Land war nie überfallen oder kolonialisiert worden, obwohl sein Heer der Übermacht aus Indien oder China niemals hätte standhalten können. Von den Kindern des jetzigen Königs war der jüngste Sohn, der noch ein kleiner Junge gewesen war, als seine Mutter starb, dazu ausersehen, den Thron von seinem Vater zu erben. Die Lamas hatten ihm den Namen gegeben, den er bereits in früheren Wiedergeburten getragen hatte, Dil Bahadur, tapferes Herz. Seit er ausgewählt worden war, hatte ihn niemand mehr gesehen, denn er wurde an einem geheim gehaltenen Ort unterrichtet. Kate Colt nutzte die Gelegenheit, Wanji nach dem goldenen Drachen zu fragen. Er reagierte zwar etwas zugeknöpft, dennoch ließen sich aus seiner ausweichenden Antwort einige Schlüsse ziehen. Offensichtlich konnte die Statue die Zukunft vorhersagen, aber nur der König war imstande, das verschlüsselte Orakel zu deuten. Er musste ein reines Herz haben, da die Macht des goldenen Drachen einzig dem Wohl des Landes dienen sollte und niemals persönlichen Zielen. Das Herz des Königs durfte keine Habgier kennen. Sie kamen an Bauernhäusern und vielen Tempeln vorbei, die man schon von Weitem an den im Wind flatternden Gebetsfahnen erkennen konnte, die den langen Standarten am Flughafen ähnelten. Ihr Reiseführer grüßte alle Leute, denen sie unterwegs begegneten. Anscheinend kannte hier jeder jeden. Immer wieder überholten sie Gruppen von kleinen Buben, die in dunkelrote Mönchsumhänge gehüllt waren, und Wanji erklärte ihnen, dass man die meisten Kinder in Klöstern unterrichtete, in die sie aufgenommen wurden, wenn sie fünf oder sechs Jahre alt waren. Manche blieben ihr Leben lang im Kloster, weil sie dem Vorbild ihrer Meister, der Lamas, folgen wollten. Die Mädchen besuchten ihre eigenen Schulen. Es gab eine Universität im Land, aber die meisten Studenten wurden in Indien und einige in England ausgebildet, wenn ihre Eltern es sich leisten konnten oder sie ein staatliches Stipendium bekamen. Auf den Dächern einiger kleiner Lebensmittelläden waren Fernsehantennen angebracht. Wanji erklärte, dass sich die Bewohner der umliegenden Häuser dort trafen, wenn etwas gesendet wurde. Allerdings gab es nicht rund um die Uhr Strom, weshalb die Sendezeiten von Tag zu Tag wechselten. Er erzählte ihnen auch, dass es fast überall im Land Telefon gab. Fand man keine Poststation, konnte man zum Telefonieren in die Klosterschule gehen, wo immer ein Apparat vorhanden war. Zu Hause hatte natürlich keiner ein Telefon. Das brauchte man ja auch nicht. Timothy Bruce warf Ruel Gonzalez einen skeptischen Blick zu und fragte, ob ihre Handys hier wohl funktionieren würden. Wegen der Berge ist die Reichweite dieser Telefone recht begrenzt, daher kennt man sie hier fast nicht. Ich habe allerdings gehört, bei ihnen zu Hause sprechen die Menschen gar nicht mehr persönlich miteinander, sondern telefonieren nur noch, sagte Wanji. Und schreiben sich eine E-Mail nach der anderen, ergänzte Alex. Auch davon habe ich gehört, aber gesehen habe ich das noch nie. Die Landschaft um sie herum war traumhaft und vollkommen unberührt vom technischen Fortschritt. Die Felder wurden mit Ochsen bestellt, die gemächlich die Pflüge zogen. Smaragdgrüne Reisfelder wogten auf den Terrassen an den Berghängen. Der Weg war gesäumt von Bäumen und Blumen, die sie noch nie gesehen hatten, und im Hintergrund erhoben sich die schneebedeckten Gipfel des Himalaya. Alex machte eine Bemerkung über die veraltete Art, wie die Bauern hier arbeiteten, aber seine Großmutter widersprach ihm, denn Produktivität sei schließlich nicht alles und dieses Land das einzige der Welt, das den Schutz der Natur wichtiger nahm als das Geschäft. Das Lächeln auf Wanjis Gesicht wurde breiter, als sie das sagte, aber er schwieg, denn er wollte die Gäste nicht beleidigen, die doch aus einem Land kamen, wo das Geschäft, wie er gehört hatte, wichtiger war als alles andere. Zwei Stunden später war die Sonne hinter den Bergen versunken und Dunkelheit legte sich über das Grün der Reisfelder. Hier und da flackerte das Licht der Butterlampen in Häusern und Tempeln. Von fern drang der kehlige Ton der Langhörner zu ihnen, mit denen die Mönche zum Abendgebet riefen. Wenig später tauchten die ersten Häuser von Tunkala auf, der Hauptstadt, die eher einem großen Dorf glich. Die Hauptstadt wurde von einigen Laternen erhellt und sie konnten sehen, wie sauber alles war und wie geordnet es zuging, obwohl eine buntschäckige Gesellschaft die Straßen bevölkerte. Jaks trotteten zwischen italienischen Mopeds herum, alte Frauen mit ihren Enkeln auf dem Rücken überquerten langsam die Fahrbahn und Polizisten, die aussahen wie Prinzen aus längst vergangenen Zeiten, regelten den Verkehr. Viele Haustüren standen sperrangelweit offen und Wanji sagte ihnen, hier gäbe es so gut wie keine Verbrechen, außerdem würden sich alle kennen. Wer ein Haus betrat, war entweder ein Freund oder gehörte zur Familie. Die Polizei hatte wenig zu tun, sie brauchte bloß die Grenzen zu überwachen, bei festen Verordnung zu sorgen und ein Auge auf die aufmüpfigen Studenten zu haben. Die Geschäfte hatten noch geöffnet. Wanji hielt vor einem Laden, der kaum größer war als ein Wandschrank, wo Zahnpasta, Süßigkeiten, Farbfilme, von der Sonne ausgebleichte Ansichtskarten und einige Zeitschriften und Tageszeitungen aus Nepal, Indien und China verkauft wurden. Auch leere Dosen, Flaschen und gebrauchte Papiertüten konnte man hier erstehen. Offensichtlich waren auch diese Dinge hier wertvoll, denn es gab sie wohl nicht im Überfluss. Deshalb hoben die Leute alles auf und verwendeten es wieder. Eine Plastiktüte oder ein Gefäß aus Glas waren kleine Schätze. Dies ist mein bescheidener Laden und gleich nebenan mein kleines Haus, in dem es mir eine große Ehre wäre, sie einmal als meine Gäste willkommen zu heißen, sagte Wanji und wurde rot dabei, denn er fürchtete, die Ausländer könnten das als einen Mangel an Zurückhaltung deuten. Ein Mädchen von etwa 15 Jahren trat aus der Tür, um sie zu begrüßen. Und das ist meine Tochter Pema, stellte Wanji sie vor. Das bedeutet Liebe. Das war Alex so herausgerutscht und er wurde gleich ebenfalls rot. Kate sah ihn verdutzt von der Seite an. Er zwinkete ihr zu und raunte, das habe er vor der Abfahrt in der Schulbibliothek gelesen. Was hast du denn sonst noch so gelernt? fragte sie leise. Frag mich was, Kate, antwortete er, noch immer tuschelnd. Du wirst sehen, ich weiß fast so viel wie Judith Kinski. Pema strahlte sie an, faltete die Hände vor dem Gesicht und verbeugte sich zum traditionellen Gruß. Sie war schlank und gerade gewachsen wie ein Bambusrohr. In ihren großen Augen funkelte der Schalk und ihre Haut schimmerte wie Elfenbein in dem weichen Licht der Straßenlaternen. Das schwarze Haar floss ihr sanft über die Schultern und den Rücken. Auch Pema trug, wie alle anderen Leute, die sie gesehen hatten, die Nationaltracht. Die Kleidung der Frauen unterschied sich kaum von der der Männer. Alle trugen einen Rock oder Sarong und dazu eine Jacke oder Bluse. Nadja und Pema bestaunten einander stumm. Hier das Mädchen aus dem Herzen Südamerikas, mit Federn im Haar und einem schwarzen Äffchen auf der Schulter, dort diese Jugendliche, die sich mit der Anmut einer Balletttänzerin bewegte und zwischen den höchsten Bergen der Erde zu Hause war. Die beiden mochten sich auf Anhieb. Falls sie es wünschen, kann Pema dem Mädchen und dem Mütterchen vielleicht morgen zeigen, wie man einen Sarong trägt, druckste Wanji unsicher. Bei dem Wort Mütterchen zuckte Alex zusammen, aber Kate blieb völlig cool. Ihre und Nadjas kurze Hosen mussten wohl sehr anstößig wirken, wenn der zurückhaltende Wanji es wagte, einen solchen Vorschlag zu machen. Das wäre sehr freundlich, herzlichen Dank. Jetzt faltete Kate ihrerseits die Hände vorm Gesicht und verneigte sich. Todmüde kamen die Reisenden schließlich im Hotel an, dem einzigen in der Hauptstadt und im ganzen Land. Die wenigen Touristen, die die Dörfer im Landesinneren besuchten, übernachteten bei den Bauern, von denen sie immer freundlich aufgenommen wurden. Niemandem wurde die Gastfreundschaft verwehrt. Alex und die beiden Fotografen schleppten ihr Gepäck in das eine, Kate und Nadja ihre Sachen in das andere der beiden Zimmer, die für die Gruppe reserviert worden waren. Verglichen mit dem Pomp im Maharaja-Palast wirkten die Hotelzimmer hier eher wie Klosterzellen. Ungewaschen und in voller Montur ließen sich alle auf die Betten fallen und schliefen fast sofort ein. Erwachten allerdings kurze Zeit später wieder, steif vor Kälte. Es war schlagartig bitterkalt geworden. Sie kramten nach ihren Taschenlampen und fanden in einer Ecke des Zimmers ordentlich aufgeschichtet einen Stapel dicker Wolldecken, sodass sie warm eingemummelt weiter schlafen konnten, bis sie im Morgengrauen vom dunklen Dröhnen der schweren Langhörner geweckt wurden, mit denen die Mönche zum Gebet riefen. Wanji und Pema erwarteten sie mit der guten Nachricht, der König wolle sie am Nachmittag empfangen. Sie frühstückten ausgiebig, tranken Tee, aßen Gemüse und Reisbällchen nach Landessitte mit drei Fingern der rechten Hand und ließen sich unterdessen von ihrem Reiseführer den protokollarischen Ablauf des Besuchs im Palast erklären. Zunächst musste für Nadia und Kate angemessene Kleidung gekauft werden. Die Männer sollten Jacken tragen. Der König war ein verständiger Mann und würde sicher einsehen, dass ihn die Expeditionsteilnehmer in ihrer Arbeitskleidung besuchten, aber auf keinen Fall durften sie ihm gegenüber den Respekt vermissen lassen. Wanji erklärte ihnen, wie die Katas, die Zeremonien Schals, getauscht wurden, dass sie sich an die Stelle, die ihnen zugewiesen wurde, hinknien sollten, bis sie aufgefordert wurden, sich zu setzen und dass sie das Wort nicht an den König richten sollten, ehe der sie ansprach. Falls man ihnen etwas zu essen oder Tee anbot, sollten sie dreimal dankend ablehnen und dann langsam und schweigend essen, um ihre Achtung gegenüber den Speisen auszudrücken. Es galt als unhöflich, während des Essens zu sprechen. Borobah sollte vorsichtshalber bei Pema bleiben. Wanji wusste nicht, was das Protokoll in Bezug auf Affen vorsah. Kate Colt schaffte es, ihren Laptop an eine der Telefondosen des Hotels anzuschließen und konnte so Nachrichten an den International Geographic und an Professor Ludwig LeBlanc schicken. Der Kerl war zwar nicht ganz richtig im Kopf, aber man musste zugeben, dass er auch eine unerschöpfliche Informationsquelle war. Kate fragte ihn nach der Ausbildung der Könige und nach den Geschichten über den goldenen Drachen. Es dauerte nicht lange, da bekam sie eine vermutlich erschöpfende Antwort in Form eines seitenlangen Aufsatzes und beschloss, die Lektüre auf später zu verschieben. Pema begleitete Kate und Nadja zu einem Laden, in dem Sarongs verkauft wurden, und jede der beiden kaufte sich drei, denn falls es regnete, mussten die Röcke Zeit zum Trocknen haben. Sie hatten einige Mühe damit, den Stoff richtig zu wickeln und ihn dann mit den Scharpen festzubinden. Erst saß er zu eng und sie konnten keinen Schritt gehen, dann hing er so schlapprig an ihren Hüften, dass sie bei der kleinsten Bewegung im Freien standen. Nadja hatte die Technik nach ein paar Versuchen heraus, aber Kate war in dem Sarong ähnlich beweglich wie eine bandagierte Mumie. Sie konnte sich nicht hinsetzen und trippelte darin vorwärts wie eine Gefangene in Fußfesseln. Alex und die Fotografen konnten sich vor Lachen nicht halten, als sie sahen, wie Kate leise fluchend und hustend versuchte, ihre verhedderten Füße zu sortieren. Mit seinen über tausend Räumen, die sich auf drei Ober- und zwei unterirdische Stockwerke verteilten, war der Königspalast das größte Gebäude von Tunkala. Er lag strategisch günstig auf einem steilen Hügel, der durch einen kurvigen, von Gebetsfahnen an langen, biegsamen Bambusstangen flankierten Weg mit der Stadt verbunden war. Im Baustil unterschied sich der Palast kaum von den übrigen Gebäuden in Tunkala, wo selbst die einfachsten Wohnhäuser Schmuck anzusehen waren, nur, dass sich sein rotes Ziegeldach über mehrere Ebenen erstreckte und jeder Giebel von einem Fabelwesen aus sehr alter Keramik gekrönt war. Die Balkone, Türen und Fensterrahmen waren mit Mustern in leuchtenden Farben bemalt. Soldaten in rot-gelben Gewändern und langen Felljacken hielten am Eingang Wache. Sie trugen Helme mit Federbusch und waren mit Schwertern und Pfeil und Bogen bewaffnet. Wanji erklärte, die Wachen dienten bloß der Verschönerung. Das richtige Militär benutze moderne Waffen. Er erzählte ihnen, dass der Bogen die traditionelle Waffe im verbotenen Reich und Bogenschießen ein echter Volkssport sei. An den jährlich stattfindenden Wettkämpfen nahmen alle, sogar der König, teil. Zwei prächtig gekleidete Hofbeamte empfingen die Besucher und geleiteten sie durch mehrere Säle, die nur mit einigen niedrigen Tischen, großen, bunt bemalten Holztruhen und Stapeln runder Sitzkissen eingerichtet waren. Hier und da sahen sie religiöse Statuen, vor denen Kerzen, Branden und Opferschalen voller Reis- und Blütenblätter standen. Einige Wände waren bemalt, aber mancherorts war die Farbe mit den Jahren verblasst, sodass man kaum noch etwas von den Bildern erkennen konnte. Hier und da waren Mönche mit Pinseln, Farbtöpfchen und hauchdünnen Streifen Blattgold damit beschäftigt, die Malereien geduldig auszubessern. An vielen Wänden hingen auch prächtige Teppiche aus Seide und Satin. Auf die Säle folgten lange Flure mit Türen zu beiden Seiten, hinter denen Dutzende von Staatsdienern und Mönchen mit Schreiben beschäftigt waren. Computer hatte man hier noch nicht eingeführt. Alle Informationen für die öffentliche Verwaltung wurden von Hand in Hefte notiert. Einer der Räume diente als Orakelzimmer. Wenn sie nicht mehr weiter wussten, suchten die Bewohner des Verbotenen Reichs hier bei bestimmten Lamas und Nonnenrat, die über die Fähigkeit zum Weissagen verfügten. Die Buddhisten im Reich des Goldenen Drachen glaubten daran, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg zur Erlösung finden muss, allen Wegen gemeinsam jedoch das Mitleid mit allem Lebendigen ist. Dieser Glaube wollte aber auch gelebt sein und manchmal brauchte man dafür jemanden, der einem auf die Sprünge half, einen leitete oder einem die Zukunft vorhersagte, damit man dem eigenen Weg eine neue Wendung geben oder zügiger voranschreiten konnte. Die Besucher waren in einem weiten Saal mit schmucklosen Wänden angekommen, in dessen Mitte eine vergoldete Buddha-Statue aus Holz aufragte, die so groß war, dass der Kopf die Decke berührte. Sie hörten Musik und dachten erst, jemand spiele auf einer Mandoline, bis sie sahen, dass am Fuß der Statue eine Gruppe singender Mönche saß. Der Sing-Sang wurde immer lauter und kraftvoller, dann fiel die Melodie unvermittelt ab und der Rhythmus änderte sich. Vor der gewaltigen Statue lag ein Gebetsteppich. Kerzen brannten und sie sahen Schalen mit glimmerndem Weihrauch und Körbe mit Opfergaben. Die Besucher folgten dem Vorbild der Hofbeamten, gingen vor der Buddha-Statue auf die Knie und berührten dreimal mit der Stirn den Boden. Der König empfing sie im nächsten Saal, einem schlichten, rechteckigen Raum, an dessen Wänden Teppiche mit Szenen aus dem Leben Buddhas und Masken für Feste hingen. Man hatte den ausländischen Besuchern, die es nicht gewohnt waren, auf dem Boden zu sitzen, etwas Gutes tun wollen und fünf Stühle aufgestellt. Nadja und Alex staunten über den Drachen auf dem Wandteppich hinter dem König, denn er sah haargenau so aus wie die zierlichen, geflügelten Drachen, die sie auf ihrer Reise in die Stadt der wilden Götter gesehen hatten. Damals hatten sie gedacht, diese Tiere seien die letzten einer Art, die vor vielen tausend Jahren im Amazonasgebiet heimisch gewesen war, doch dieser Teppich bewies, dass es solche Drachen auch einmal in Asien gegeben haben musste. Der König trug das gleiche Mönchsgewand wie am Vortag, zusätzlich aber eine sonderbare Kopfbedeckung, eine Art Helm aus Stoff. Vor seiner Brust hing das Medaillon, das seine Königswürde symbolisierte, eine sehr alte, mit Korallen besetzte Scheibe aus Gold. Er saß im Lotossitz auf einem etwa 50 Zentimeter hohen Podest. In Katzenmanier hingestreckt, hatte neben dem König ein prächtiger Leopard gelegen, der sich sofort mit gespitzten Ohren aufgesetzt hatte, als die Besucher näher traten und jetzt mit gefletschten Zähnen Alex anstarrte. Der König legte ihm die Hand auf den Rücken, was das Tier etwas zu beruhigen schien, aber der Blick seiner schmalen Pupillen ließ Alex keinen Moment los. Auf der linken Seite des Raumes saßen und standen etliche Würdenträger, pompös herausgeputzt in ihren edlen, gestreiften Gewändern, bestickten Westen und Hüten, die mit großen Goldblättern verziert waren, wobei allerdings die italienischen Schuhe und schwarzen Aktenkoffer nicht so recht ins Bild passen wollten. ihnen gegenüber saßen eine Reihe Mönche in dunkelroten Umhängen. Gleich neben dem König standen drei junge Frauen und zwei junge Männer, alle hochgewachsen und mit ernsten Gesichtern. Bestimmt fünf von seinen neun Kindern, dachten die Besucher. Genau wie Wanji ihnen aufgetragen hatte, setzten sie sich nicht auf die Stühle, denn sie durften nicht mit dem König auf einer Höhe Platz nehmen. Also knieten sie sich auf die kleinen Wollteppiche, die vor dem Podest lagen. Nachdem die Katas getauscht und einige festgelegte Begrüßungsformeln gesprochen waren, warteten die Besucher auf ein Zeichen des Königs, um sich auf den Teppichen hinzusetzen. Alex und die Fotografen im Schneidersitz, Nadja und Kate mit seitlich angewinkelten Beinen. Kate wandte sich in ihrem Sarong und wäre beinahe über den Boden gekugelt. Der König und sein Hofstaat verkniffen sich mit Mühe das Lachen. Bevor die Unterhaltung begann, wurden Tee, Walnüsse und einige merkwürdige, mit Salz bepuderte Früchte angeboten und die Besucher griffen zu, nachdem sie dreimal abgelehnt hatten. Dann war es Zeit für die Geschenke. Kate gab Timothy Bruce und Joel Gonzalez einen Wink und die beiden robbten auf den Knien nach vorn, um dem König eine Kiste mit dem ersten Jahrgang des International Geographic zu überreichen, mit den zwölf Ausgaben aus dem Jahr 1888 und als Dreingabe eine Seite eines Originalmanuskripts von Charles Darwin, die der Herausgeber der Zeitschrift wie durch ein Wunder in einem Londoner Antiquariat aufgetrieben hatte. Der König bedankte sich und reichte ihnen ein in ein Tuch eingeschlagenes Buch. Wanji hatte ihnen gesagt, man dürfe Geschenke nicht gleich auspacken, denn das galt als ein Zeichen von Ungeduld und wurde nur Kindern nachgesehen. Timothy Bruce nahm das Päckchen eben entgegen, als ein Beamter Judith Kinski ankündigte. Jetzt begriffen die fünf Besucher auch, warum sie die Frau am Morgen nicht im Hotel gesehen hatten. Sie wohnte im Königspalast. Sie grüßte mit einer leichten Neigung des Kopfes und setzte sich neben die anderen auf den Boden. Sie trug ein schlichtes Kleid. Die Lederhandtasche, von der sie sich offensichtlich nie trennte, über der Schulter und außer einem breiten, aus geschnitzten Knochen zusammengesetzten afrikanischen Armreif keinerlei Schmuck. Da plötzlich sprang Che-Wang, der Leopard des Königs, der sich die ganze Zeit ruhig verhalten und alles aufmerksam beobachtet hatte, mit einem Satz vom Podest herunter, baute sich vor Alex auf und zog die Lefzen zu einer bedrohlichen Grimasse zurück, so dass man seine messerscharfen Reißzähne sehen konnte. Erschrocken starrten die Anwesenden ihn an und zwei Wachen traten vor, um den Leoparden zu packen, aber der König gebot ihnen durch eine Handbewegung Einhalt und rief das Tier zu sich. Der Leopard drehte den Kopf kurz nach ihm um, gehorchte aber nicht. Unwillkürlich hatte Alex die Brille abgenommen, sich nach vorn gebeugt und ahmte jetzt auf allen Vieren die fauchende Raubkatze nach. Seine Hände waren in den Teppich gekrallt und er zeigte die Zähne. Nadja, die reglos neben ihm saß, begann mit einem Mal merkwürdige Laute von sich zu geben, eine Art Schnurren. Sofort wandte sich der Leopard zu ihr um, sein Schwanz peitschte den Boden, er streckte die Schnauze vor und beschnupperte Nadjas Gesicht. Dann glaubten die Anwesenden ihren Augen nicht zu trauen, denn plötzlich ließ er sich von Nadja auf den Boden fallen, rollte sich auf den Rücken und sie kraute ihm furchtlos den hingestreckten Bauch und schnurrte dabei unablässig weiter. Du kannst mit Tieren reden? richtete der König das Wort an Nadja. Für die verdatterten Gäste klang das, als wäre es in diesem Königreich nichts Besonderes, wenn einer mit Tieren reden konnte. Manchmal, antwortete Nadja. Was hat der gute Chewang denn? Eigentlich ist er immer höflich und folgsam. Der König lächelte und sah milde auf seinen Leoparden hinunter. Ich glaube, er hat sich nur vor dem Jaguar erschreckt. Außer Alex und Kate verstand allerdings niemand, was sie damit meinte. Kate verdrehte unwillkürlich die Augen. Sie machten sich doch hier nur zum Narren. Was sollte der König bloß denken von dieser Truppe losgelassener Irrer? Der Monarch schien sich jedoch über die Antwort seiner jungen Besucherin mit der honigfarbenen Haut keineswegs zu wundern. Er musterte bloß eingehend den jungen Amerikaner, der da wieder mit der Brille auf der Nase im Schneidersitz vor ihm saß. Einzig die Schweißperlen auf der Stirn des Jungen verrieten, dass er sich gerade ziemlich erschreckt hatte. Nadja legte einen der Seitenschals vor den Leoparden, und der nahm ihn behutsam ins Maul und legte ihn dem König zu Füßen. Dann machte er es sich wieder an seinem angestammten Platz auf dem Podest des Königs bequem. Der König wandte sich erneut an Nadja. Mein Kind, kannst du denn auch mit Vögeln reden? Manchmal. Hier kann man bisweilen einige interessante Vögel sehen. Das war maßlos untertrieben, aber zu prahlen galt im Reich des Goldenen Drachen als ein Zeichen sehr schlechter Erziehung, und der König, der sich mit Tieren und Pflanzen gut auskannte und selbstverständlich wusste, welche Schätze sein Land beherbergte, hätte sich niemals damit gebrüstet. Als sie später im Hotel sein Geschenk auspackten, sahen sie, dass es ein Fotoband über Vögel war. Wanji erklärte ihnen, der König selbst habe die Bilder gemacht, dennoch sei sein Name nirgends erwähnt, denn das hätte man als einen Hinweis auf Eitelkeit gewertet. Nun drehte sich die Unterhaltung um die Sehenswürdigkeiten und die prächtige Natur im Reich des Goldenen Drachen. Den Gästen fiel auf, dass sich alle sehr vage ausdrückten. Es gab kaum einen Satz ohne die Wörter vielleicht und möglicherweise, dadurch vermied man jede eindeutige Festlegung, die zu scharfen Wortwechseln hätte führen können. Den Gesprächspartnern blieb immer ein ehrbarer Ausweg für den Fall, dass sie in einem Punkt unterschiedlicher Auffassung waren. Judith Kinski schien sehr viel über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Gegend zu wissen. Damit hatte sie die Zuneigung des Königs und seines gesamten Hofstaats gewonnen, denn einer solchen Kenntnis des Landes begegneten sie bei Ausländern höchst selten. »Es ist uns eine Ehre, in unserem Land eine Expedition des International Geographic empfangen zu dürfen«, sagte der König, als das Gespräch dem Ende zuging. »Die Ehre ist ganz die unsere, Majestät«, antwortete Kate Colt. »Wir wissen, dass man in diesem Königreich der Natur eine Achtung entgegenbringt, die auf der Welt ihresgleichen sucht. Schaden wir der Natur, so müssen wir die Folgen tragen. Nur ein Narr würde etwas derartiges tun. Ihr Reiseführer, Wanzi, kann sie geleiten, wohin sie auch immer reisen möchten. Vielleicht haben sie den Wunsch, den Tempel oder die Jongs, die Klosterburgen zu besuchen, wo die Mönche sie möglicherweise als Gäste aufnehmen und ihnen erklären, was sie zu wissen wünschen.« Allen fiel auf, dass er Judith Kinski dabei nicht ansprach und sie vermuteten, dass er ihr die Schönheit seines Landes höchstpersönlich zeigen wollte. Das Gespräch war zu Ende und eigentlich blieb nur noch, sich zu bedanken und zu verabschieden. Da ließ Kate sich zum ersten Mal zu einer Taktlosigkeit hinreißen. Sie konnte nicht anders. Sie musste einfach ohne Umschweife nach dem goldenen Drachen fragen. Das Schweigen im Saal war so frostig, dass es einen schauderte. Die Würdenträger standen stocksteif und vom Gesicht des Königs war das freundliche Lächeln gewichen. Die Stille wurde quälend, bis Judith Kinski es schließlich wagte, etwas zu sagen. »Entschuldigen Sie, unsere ungebührliche Neugier, Majestät, uns sind die Gepflogenheiten Ihres Landes nicht gut vertraut. Ich hoffe, Sie empfinden Frau Colts Frage nicht als Beleidigung. In der Tat hat sie für uns alle gesprochen. Genau wie die Reporter des International Geographic brenne auch ich darauf, mehr über die Legende des goldenen Drachen zu erfahren. Ihre kastanienbraunen Augen ruhten auf dem König. Mit sehr ernster Miene erwiderte der König ihren Blick, als versuche er, ihre Absichten zu erforschen, und schließlich lächelte er. Sofort war das Eis gebrochen und alle trauten sich wieder, normal zu atmen. Den heiligen Drachen gibt es wirklich. Er ist nicht bloß eine Legende. Sie werden ihn allerdings nicht sehen können. Bedauere. Diesmal drückte sich der König mit einer Klarheit aus, die er bisher vermieden hatte. Irgendwo habe ich gelesen, die Statue befinde sich außerhalb des Landes, in einem befestigten Kloster in Tibet. Ich frage mich, was nach dem Einmarsch der Chinesen aus ihr geworden ist, hakte Judith Kinski nach. Kate dachte, dass niemand sonst sich erdreistet hätte, weiter bei diesem Thema zu bleiben. Judith Kinski strotzte wirklich vor Selbstvertrauen und setzte voll auf den Eindruck, den sie auf den König gemacht hatte. Der goldene Drache steht für den Geist unseres Landes. Er hat das Königreich nie verlassen, antwortete der König. Verzeihen Sie, Majestät, meine Information war falsch. Natürlich verwahren Sie ihn hier im Palast, in Ihrer Nähe. Vielleicht. Der König stand auf zum Zeichen, dass die Unterhaltung beendet war. Die Besucher erhoben sich ebenfalls und verließen unter tiefen Verbeugungen rückwärts den Saal. Bloß Kate hatte sich derart in ihrem Sarong verheddert, dass ihr schließlich nichts anderes einfiel, als ihn bis über die Knie zu raffen und der Saaltür entgegen zu stolpern, wobei sie dem König den Rücken zukehrte. Che Wang folgte Nadia bis zum Ausgang des Palastes, drückte ihr die warme Schnauze in die Hand, ließ Alex jedoch keinen Moment aus den Augen. Nicht hingucken, Jaguar. Er ist ziemlich eifersüchtig auf dich, lachte Nadia. Mädchenraub Der Sammler schreckte aus dem Schlaf, weil das Telefon auf seinem Nachttisch klingelte. Es war zwei Uhr morgens. Nur drei Menschen kannten die Nummer dieses Apparats. Sein Arzt, der Boss seines persönlichen Sicherheitsdienstes und seine Mutter. Dieses Telefon hatte seit Monaten nicht geklingelt. Der Sammler hatte weder seinen Arzt noch den Boss seines Sicherheitsdienstes gebraucht. Und was seine Mutter anging, so war die gerade in der Antarktis und fotografierte Pinguine. Die alte Dame verbrachte ihren Lebensabend an Bord diverser Luxusliner, die sie in einer immerwährenden Reise kreuz und quer über die Meere der Welt schipperten. Machte ihr Dampfer in irgendeinem Hafen fest, erwartete sie am Kai schon ein Angestellter mit dem Ticket für die nächste Kreuzfahrt. Ihr Sohn hatte herausgefunden, dass er sie auf diese Weise bei Laune halten konnte und nicht zu sehen brauchte. »Woher haben Sie diese Nummer?« schnaubte der zweitreichste Mann der Welt, als er trotz des Stimmenverzerrers erkannte, wer ihn da mitten in der Nacht störte. »Geheimnisse aufzudecken, ist Teil meiner Arbeit,« entgegnete der Spezialist. »Irgendwas Neues?« »Bald werden Sie das Gewünschte in Ihrer Gewalt haben.« »Weshalb belästigen Sie mich dann?« »Weil Sie wissen sollten, dass Ihnen der goldene Drache nichts nützt, wenn Sie ihn nicht gebrauchen können,« sagte der Spezialist. »Dafür habe ich schließlich das Pergament übersetzen lassen, das ich bei diesem chinesischen General gekauft habe.« »Glauben Sie im Ernst, etwas derart Wichtiges und Geheimes steht einfach auf einem Stück Papier? Der Text ist verschlüsselt.« »Dann knacken Sie den Code. Dafür bezahle ich Sie schließlich.« »Falsch,« entgegnete die verzerrte Stimme des Spezialisten Kühl. »Sie bezahlen mich dafür, dass ich dieses Objekt besorge, und für sonst gar nichts.« »Er war nicht vereinbart.« »Wenn ich die Gebrauchseinweisung nicht benutzen kann, interessiert mich der Drache nicht. Ist das klar? Beschaffen Sie den Code, oder Sie sehen Ihre Millionen niemals?« schrie der Sammler in den Hörer. »Ich verhandle grundsätzlich nicht im Nachhinein über die Bedingungen meiner Geschäfte. Sie und ich haben eine Abmachung. Binnen zwei Wochen werden Sie die Statue und ich mein Geld haben, oder es wird Ihnen etwas sehr Unangenehmes zustoßen.« Dem zweitreichsten Mann der Welt wurde endlich klar, dass hier sein Leben auf dem Spiel stand. Nun bekam er es doch mit der Angst zu tun. »Ja, Sie haben recht. Geschäft ist Geschäft,« sagte er beschwichtigend. »Ich werde Sie für den Code extra bezahlen. Glauben Sie, ihn in angemessener Zeit beschaffen zu können? Wie Sie ja wissen, ist die Sache eilig. Ich bin bereit, die entsprechende Summe draufzulegen. Geld spielt keine Rolle.« »In diesem Fall ist es keine Frage des Geldes.« »Alles ist eine Frage des Geldes.« »Da irren Sie sich.« »Aber Sie hatten doch behauptet, Sie könnten alles besorgen, oder?« Jetzt klang der Sammler etwas kleinlaut. »Einer meiner Mittelsmänner wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen,« sagte die Stimme und dann war die Leitung tot. Der Multimilliardär konnte nicht wieder einschlafen. Den Rest der Nacht durchstreifte er die Büroräume, die den größten Teil seines Hauses einnahmen und verschaffte sich einen Überblick über sein unermessliches Vermögen. Vor einer Unzahl von Computern saßen seine Angestellten Tag und Nacht und registrierten jede Bewegung an den großen Wertpapiermärkten der Welt. Dennoch, wie oft sich der Sammler die Zahlen auch vornahm und seine Untergebenen anblaffte, es änderte nichts an der Tatsache, dass es einen gab, der reicher war als er. Das zerrte an seinen Nerven. Sie sahen sich Tunkala mit seinen hübschen Pagodenhäusern an, lernten die glockenförmigen buddhistischen Gedenkhäuschen kennen, die Stupas, besichtigten Tempel und besuchten einige der Klöster, die sich, umgeben von dichten Wäldern und Blumenwiesen, zu Dutzenden in die Falten der Berghänge schmiegten, bis sich Wanji schließlich erbot, ihnen auch noch die Universität zu zeigen. Sie lag in einem Park, in dem Wasserfälle rauschten und Scharen von Vögeln die alten Bäume bevölkerten. Mit ihren Pagoden, den Buddha-Bildern an den Außenmauern und den Gebetsfahnen vor den Eingängen sah die Universität eher aus wie eine Ansammlung von Klostergebäuden. In kleinen Grüppchen gingen Studenten auf den Parkwegen spazieren und den Besuchern kam die Art, wie sie sich miteinander unterhielten, sehr förmlich vor, ganz anders als bei Studenten an westlichen Universitäten. Der Rektor empfing sie und bat Kate Colt, den Studenten etwas über die Zeitschrift International Geographic zu erzählen, die von vielen regelmäßig in der Bibliothek gelesen wurde. Wir haben nur sehr selten die Gelegenheit, solch illustre Gäste in unserer bescheidenen Universität zu begrüßen, sagte er mit einer tiefen Verbeugung. Also fanden sich Kate, die Fotografen, Alex und Nadja kurze Zeit später in einem Hörsaal wieder, in dem sich die 190 Studenten der Universität mit ihren Professoren versammelt hatten. Fast alle konnten wenigstens ein paar Brocken Englisch, denn die Sprachkurse waren ein Renner unter den Studierenden, aber Wanji musste dennoch hin und wieder übersetzen. Die erste halbe Stunde war eine zähe Lehreinheit in gutem Betragen. Starr vor Ehrfurcht stellten die Studenten ziemlich naive Fragen und verbeugten sich jedes Mal tief, ehe sie das Wort an die ausländischen Gäste richteten. Irgendwann hob Alex entnervt die Hand. Dürfen wir auch Fragen stellen? Wir sind sehr weit gereist, um etwas über dieses Land zu lernen. Für einen Moment wurde es mucksmäuschenstill und die Studenten tauschten verunsicherte Blicke. Offensichtlich hatte noch nie jemand auf dem Podium einen solchen Vorschlag gemacht. Die Professoren tuschelten etwas ratlos miteinander, aber schließlich gab der Rektor sein Einverständnis. In den nächsten anderthalb Stunden erfuhren die Besucher so manch Wissenswertes über das verbotene Reich und die Studenten setzten sich endlich über die formalen Benimmregeln hinweg und trauten sich, nach dem zu fragen, was sie an Amerika wirklich interessierte, nach dem Kino, der Musik, den Klamotten, den Autos und nach tausenderlei anderen Dingen. Gegen Ende der Veranstaltung kramte Timothy Bruce eine Kassette mit Hits der Charts aus der Tasche, die Kate in ihrem Aufnahmegerät abspielte. Der sonst eher schüchterne Alex war durch seinen gerade errungenen Erfolg in einer so ausgelassenen Stimmung, dass er aufstand und dem staunenden Publikum vorführte, wie bei ihm zu Hause getanzt wurde. Als dann auch noch Borobar anfing, Alexanders frenetisches Gehopse bis zur Perfektion nachzuahmen, konnten sich die Studenten das Lachen endgültig nicht mehr verkneifen. Schließlich war die Konferenz beendet und unter den Blicken ihrer fassungslosen Professoren begleiteten Scharen von Studenten die Besucher bis zum Ausgang des Parks und tanzten und sangen dabei genau wie Alex. Wie können die so schnell diese Stücke singen, wenn sie sie erst einmal gehört haben? Kate war voller Bewunderung. Die Studenten hören seit Jahren Musik aus Amerika, Mütterchen, Erklärte Wanji lachend. Zu Hause tragen sie auch Jeans, genau wie bei ihnen. Man schmuggelt aus Indien diese Sachen ins Land. Zähneknirschend hatte Kate sich mittlerweile damit abgefunden, dass ihr Reiseführer sie Mütterchen nannte. Damit drückte er seinen Respekt ihr gegenüber aus. Es war die höfliche Anrede für ältere Frauen. Nadja und Alexander wiederum sollten Wanji mit Onkel und Pema mit Cousine ansprechen. Vielleicht möchten die verehrten Gäste, so sie nicht zu erschöpft sind, ein typisches Abendessen in Tunkala erleben? sagte Wanji und schlug etwas verlegen die Augen nieder. Eigentlich waren die verehrten Gäste fix und fertig, aber eine solche Gelegenheit durften sie sich nicht entgehen lassen. So beendeten sie diesen langen Tag im Haus ihres Reiseführers, das wie die meisten Gebäude von Tunkala zweistöckig war und mit seinen weiß getünchten Ziegelmauern und den reich mit Blumen und bunten Vögeln bemalten Holzbalken wie eine Miniaturausgabe des Königspalastes aussah. Es war unmöglich herauszufinden, wer eigentlich zur engeren Familie von Wanji gehörte, denn ständig kamen Leute herein, die samt und sonders als Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Cousine oder Cousin vorgestellt wurden. Nachnamen gab es keine. Neugeborenen wurden von den Eltern zwei oder drei Namen gegeben, damit man sie von den anderen unterscheiden konnte, aber jeder durfte sich in seinem Leben so oft umbenennen, wie er wollte. Nur die Mitglieder der Königsfamilie besaßen auch einen gemeinsamen Namen. Pema, ihre Mutter und etliche Tanten und Cousinen trugen das Essen auf. Alle hatten auf dem Boden um einen niedrigen, runden Tisch herum Platz genommen, auf dem nun ein wahrer Berg aus rotem Reis, Getreide und verschiedenen in Gewürzen und scharfem Chili eingelegten Gemüsesorten aufgeschichtet wurde. Dann kamen die Leckereien, die extra zu Ehren der ausländischen Gäste zubereitet worden waren. Jackleber, Schafslunge, Schweinefüße, Ziegenaugen und Blutwürste, die mit solchen Unmengen von rotem Pulver gewürzt waren, dass den Gästen schon vom Geruch die Tränen in die Augen schossen und Kate einen Hustenanfall bekam. Es wurde mit der Hand gegessen, indem man erst kleine Kügelchen formte und die Höflichkeit gebot, sie zunächst den Gästen anzubieten. Es fehlte nicht viel und Alex und Nadja hätten beim ersten Bissen laut aufgeschrien, wie konnte etwas nur derart scharf sein? Es brannte, als hätten sie sich glühende Kohlen in den Mund geschoben. Zwischen zwei Hustern raunte Kate ihnen zu, sie sollten ihre Gastgeber nicht vor den Kopf stoßen, aber die wussten nur zu gut, dass für einen Ausländer das Essen im verbotenen Reich ungenießbar ist. Sie kugelten sich vor Lachen und trommelten mit Füßen und Händen auf den Boden, während Alex und Nadja das Wasser aus den Augen schoss. Mit einem perlenden Lachen reichte Pema ihnen Tee, um den Brand zu löschen, und zeigte auf einen Teller mit dem gleichen Gemüse, allerdings ohne die scharfen Gewürze. Alex und Nadja warfen sich einen vielsagenden Blick zu. Am Amazonas hatten sie gegessen, was man ihnen vorsetzte, sei es nun gegrillte Schlange oder tote Indianerknochensuppe, und jetzt sollten sie einfach so klein beigeben? Sie dankten mit vor dem Gesicht gefalteten Händen und einer Neigung des Kopfes, dann formte sich jeder der beiden noch einmal so eine Glutkugel und stopfte sie sich mit Todesverachtung in den Mund. Am nächsten Tag sollte ein religiöses Fest gefeiert werden, das mit dem Vollmond und dem Geburtstag des Königs zusammenfiel. Seit Wochen bereitete sich das ganze Land auf dieses Ereignis vor. Alle Bewohner Tunkalas waren auf den Beinen, und aus den entlegensten Bergdörfern trafen Bauern in der Hauptstadt ein, die seit Tagen zu Fuß oder zu Pferd unterwegs gewesen waren. Nachdem die Lamas ihren Segen gesprochen hatten, zogen Musikanten mit ihren Instrumenten durch die Straßen, und Köchinnen bauten lange Tische mit Essen, Süßigkeiten und Krügen voller Reisschnaps im Freien auf. Heute war alles kostenlos. Schon seit dem frühen Morgen heilten die Hörner, Trommeln und Gongs aus den Klöstern durchs Tal. Die Gläubigen aus Tunkala und die angereisten Pilger scharrten sich in den Tempeln, um ihre Opfergaben darzubringen, die Gebetsmühlen zu drehen und Kerzen aus Jackbutter anzuzünden. Über der Stadt lag ein Geruch von ranzigem Fett und Weihrauch. Vor der Reise hatte Alex in der Schulbibliothek Bücher gewälzt, um möglichst viel über das verbotene Reich, seine Sitten und seine Religion herauszufinden. Da es in Santa Maria de la Lluvia keine Bibliothek gab und Nadja nur sehr wenig über Buddhismus wusste, lieferte ihr Alex eine kurze Zusammenfassung. Dort, wo heute der Süden Nepals ist, ist 566 v. Chr. ein Prinz mit Namen Siddhartha Gautama auf die Welt gekommen. Bei seiner Geburt wurde dem Kind von einem Seher prophezeit, es werde einmal über die ganze Erde herrschen, wenn man Zerstörung und Tod von ihm fernhielte. Wenn nicht, werde es zu einem großen, spirituellen Meister werden. Seinem Vater wäre der Herrscher allerdings lieber gewesen, deshalb ließ er eine hohe Mauer um den Palast bauen, damit Siddhartha ein Leben im Überfluss, voller Freude und Schönheit führen konnte und niemals Leid zu Gesicht bekam. Sogar das Herbstlaub haben sie sofort weggereicht, weil er nicht sehen sollte, wie es vermodert. Siddhartha hat als junger Mann geheiratet und hatte einen Sohn, ohne dass er jemals aus dem Palast herausgekommen wäre. Aber mit 29 Jahren hat er den ummauerten Garten verlassen und ist zum ersten Mal in seinem Leben kranken Menschen Armut, Schmerz und Grausamkeit begegnet. Da hat er sich die Haare abgeschnitten, hat seine Juwelen und seine seidenen Gewänder abgelegt und sich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht. Sechs Jahre lang hat er bei indischen Yogis gelernt und in strengster Askese gelebt. Was ist das? Unterbrach Nadja seinen Redeschwall. Naja, er hat auf alles verzichtet. Er hat auf Dornen geschlafen und sich bloß von ein paar Körnern Reis ernährt. Keine gute Idee. Okay, das hat Siddhartha dann auch gedacht. Als er nach diesem völlig unbeschwerten Leben in seinem Palast auch die härtesten Entbehrungen kennengelernt hatte, fand er, dass der mittlere Weg der richtige sei. Warum nennen sie ihn den Erleuchteten? Weil er, als er 35 war, sechs Tage und sechs Nächte reglos unter einem Baum meditiert hat. Heute ist doch Vollmond und der wird gefeiert, weil sich dann in einer Vollmondnacht Siddharthas Denken und sein Geist geöffnet haben und er alle Prinzipien und Vorgänge des Lebens verstanden hat. Das heißt, er ist zum Buddha geworden. Buddha ist ein Wort aus dem Sanskrit. Es heißt erwacht oder erleuchtet, ergänzte Kate, die Alexander aufmerksam zugehört hatte. Buddha ist also kein Name, sondern ein Titel. Jeder kann durch die Art, wie er lebt, und durch spirituelle Übung zum Buddha werden. Das Wichtigste für die Buddhisten ist das Mitleid mit allem Lebendigen oder mit allem, was es überhaupt gibt, sprudelte Alex. Es heißt, dass jeder die Wahrheit oder Erleuchtung in sich selbst suchen muss, nicht bei anderen oder bei äußerlichen Dingen. Deshalb versuchen die buddhistischen Mönche auch nicht, einen zu bekehren wie unsere Missionare, sondern verbringen die meiste Zeit in stiller Meditation und suchen nach ihrer eigenen Wahrheit. Sie besitzen bloß ihre Umhänge, ihre Sandalen und ihr Essgeschirr, mit dem sie um etwas zu essen betteln. Materielle Besitztümer interessieren sie nicht. Nadja, die ja selbst bloß eine kleine Tasche mit den nötigsten Kleidungsstücken und drei Papageienfedern besaß, hatte an diesem Teil des Buddhismus nicht das Geringste auszusetzen. Am Vormittag wurden Wettkämpfe im Zielschießen veranstaltet und die Leute strömten in Massen zum Turnierplatz von Tunkala. Herausgeputzt in ihren Festtagsgewändern, behängt mit Blumengirlanden, die ihnen die Mädchen um den Hals gelegt hatten, traten die besten Bogenschützen des Landes gegeneinander an. Die Bogen waren fast zwei Meter lang und sehr schwer. Alex bekam einen in die Hand gedrückt, aber er konnte ihn kaum halten und hatte keine Ahnung, wie er damit ein Ziel treffen sollte. Mit aller Kraft spannte er die Sehne, aber dann entglitt ihm der Pfeil und schnellte auf einen elegant gewandeten Würdenträger zu, der etliche Meter neben der Zielscheibe stand. Mit schreckgeweiteten Augen sah Alex, wie der Mann nach hinten überkippte, dachte schon, er habe ihn umgebracht, aber da war sein Opfer schon wieder lachend auf die Füße gekommen. Der Pfeil hatte in einem glatten Durchschuss seinen Hut durchbohrt. Keiner nahm es krumm. Die Ungeschicklichkeit des Ausländers erregte allgemeine Heiterkeit und der Würdenträger stolzierte den ganzen Tag mit dem Pfeil im Hut durch die Menge, als wäre er eine ganz besondere Trophäe. Alle Einwohner des verbotenen Reichs waren im Festtagsstaat und die meisten trugen außerdem Masken oder hatten sich das Gesicht gelb, weiß und rot angemalt. Hüte, Hälse, Arme und Ohren waren mit Silber- und Goldketten, Korallen und Türkisen geschmückt. Zur Feier des Tages trat der König heute mit einem spektakulären Kopfschmuck auf, der Krone des verbotenen Reichs. Sie bestand aus bestickter Seide, war mit Goldblättchen verziert und übersät mit Edelsteinen. In der Mitte der Stirn strahlte ein großer Rubin. Um den Hals trug der Herrscher das Medaillon der Könige. Ganz Ruhe und Zuversicht bewegte er sich ohne Leibwache zwischen seinen Untertanen, die ihm zujubelten und ihn ehrfürchtig grüßten. Sein Gefolge bestand bloß aus Chewang, dem Leoparden, der sich dicht an seiner Seite hielt, und aus seinem Ehrengast Judith Kinski, die heute in der traditionellen Landestracht gekleidet war, aber auch diesmal nicht auf ihre Handtasche verzichtet hatte. Am Nachmittag traten maskierte Schauspieler, Akrobaten, Gaukler und Jongleure auf. Eine Gruppe junger Mädchen zeigte traditionelle Volkstänze, und die besten Athleten des Landes maßen sich in einem Schaukampf mit Schwertern und führten eine Kampfkunst vor, die den ausländischen Besuchern vollkommen neu war. Sie schlugen Saltos in der Luft und fegten über die Köpfe ihrer Gegner hinweg, als hätten sie Flügel. Sieger blieb ein gut aussehender junger Mann, der sich so behemde und wild bewegte wie ein Panther. Von Wanji erfuhren die Gäste, dass er einer der Söhne des Königs war, jedoch nicht derjenige, der dazu ausersehen war, eines Tages den Thron zu erben. Dieser hier war eher zum Krieger gemacht, wollte immer gewinnen, ließ sich gern feiern, war ungeduldig und eigenwillig. Ganz gewiss hatte er nicht das Zeug zu einem weisen Herrscher, bemerkte Wanji. Als die Sonne unterging, stimmte der Chor der Grillen in den Lärm des Festes ein. Unzählige Fackeln und bunte Lampions wurden entzündet. Die Stimmung war ausgelassen. In der Menschenmenge tanzten die kunstvoll mit Gold und anderen leuchtenden Farben bemalten Masken. Nadia wunderte sich, als sie unter einigen der Masken schwarze Bärte erkannte, denn im Verbotenen Reich waren alle Männer fein säuberlich rasiert. Nie sah man einen mit Haaren im Gesicht, weil das als unreinlich galt. Eine Weile beobachtete sie die Menge, bis sie sich sicher war, dass die Bärtigen nicht wie alle anderen an dem Fest teilnahmen. Sie wollte eben Alex suchen, um ihm über ihre Entdeckung zu berichten, als der mit besorgter Miene auf sie zukam. Agila, sieh mal, der Kerl da drüben, stieß er hervor. Wo? Dort, hinter dem Jongleur mit den brennenden Fackeln, der mit der tibetanischen Hirtenkappe. Was ist mit dem? Komm mit, vorsichtig, wir gehen näher ran. Als sie nur noch wenige Schritte von ihm entfernt waren, konnten sie unter der Fellkrempel zwei helle und ausdruckslose Augen erkennen. Kein Zweifel, es war Tex Gürteltier. Wie ist der hierher gekommen? Er war nicht mit uns im Flugzeug, und der nächste Flug geht erst in fünf Tagen, sagte Alex, als sie wieder ein bisschen Abstand zwischen sich und den Amerikanern gebracht hatten. Ich glaube, er ist nicht allein, Jaguar. Sieh dich mal um. Diese Maskierten da, die haben Bärte. Die könnten von der Skorpionsekte sein. Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Sieht aus, als hätten sie was vor. Sobald sie was Verdächtiges machen, sagen wir Kate Bescheid. Sieht, vorerst behalten wir sie im Auge. Aus China war eine Familie von Feuerwerkskünstlern zum Fest angereist. Mit dem Sonnenuntergang war es schlagartig nacht- und bitterkalt geworden, aber das Fest ging unvermindert weiter. Dann erstrahlte der Himmel und begleitet vom Jubel der staunenden Menge zauberten die Chinesen Wasserfälle aus Licht an den Himmel. In dem Gedränge war kaum ein Durchkommen. An die tropische Hitze von Santa Maria de la Lluvia gewöhnt, schnatterte Nadja bald vor Kälte. Pema erbot sich, mit ihr zum Hotel zu gehen, damit sie etwas Warmes anziehen konnte, und die beiden nahmen Borobah mit, denn seit das Feuerwerk begonnen hatte, war der kleine Affe völlig verstört. Also übernahm es Alex jetzt allein, aus einiger Entfernung, Pecks Gürteltier zu beobachten. Nadja war froh, dass Kate ihr hochgebirgstaugliche Sachen gekauft hatte. Zusammen mit Borobah hätte sie ein Zähneklapperkonzert geben können. Unter Pemas belustigten Blicken packte sie den Affen in den Baby-Anorak, dann schlüpfte sie in eine lange Hose, zog dicke Socken an, die Bergschuhe darüber und schnappte sich ihre Daunenjacke. Pema reichte der leichte Sorong aus Seide. Los, komm, wir verpassen das Beste vom Fest, drängelte sie. Sie hasteten nach draußen. Der Mond und die bunten Lichtkaskaden erhellten die Nacht. Hast du Pema und Nadja gesehen, Kate? Nach Alexanders Schätzung waren die beiden schon seit über einer Stunde weg. Nein, sind mir nicht über den Weg gelaufen, sagte Kate. Sie sind zum Hotel gegangen, weil Nadja ihre Jacke holen wollte, aber sie müssten längst zurück sein. Ich gehe sie besser suchen. Und weg war er. Die kommen schon wieder. Hier kann man sich nicht verlaufen. rief Kate ihm hinterher. Alex fand die beiden nicht im Hotel. Zwei Stunden später waren alle besorgt, denn seit geraumer Zeit hatte niemand mehr Pema und Nadja unter den Feiernden gesehen. Wanji ließ sich von jemandem ein Fahrrad, um zu Hause nachzusehen. Vielleicht war Pema ja mit Nadja heimgegangen, aber wenig später kam er völlig aufgelöst zurück. Sie sind verschwunden, Sie sind verschwunden, rief er schon von Weitem. Es kann Ihnen nichts passiert sein, versuchte Kate ihn zu beruhigen. Wir sind hier im sichersten Land der Welt. Das haben Sie doch selbst gesagt. Mittlerweile waren kaum noch Leute in den Straßen, nur einige nimmermüde Studenten und ein paar Frauen, die die Abfälle zusammenkehrten und die Essensreste von den Tischen räumten. In der Luft hing ein Geruch von Blumen und Schießpulver. Sie könnten doch mit ein paar Studenten unterwegs sein, sagte Timothy Bruce. Wanji versicherte ihnen, das sei ausgeschlossen. Pema würde so etwas niemals tun. Kein Mädchen, das auf sich hielt, würde sich nachts allein ohne Erlaubnis der Eltern herumtreiben. Sie beschlossen, zur Polizeiwache zu gehen, wo zwei übermüdete Polizisten, die seit dem Morgengrauen im Dienst waren, ihnen sehr freundlich zuhörten und nicht bereit zu sein schienen, nach den beiden Vermissten zu suchen, die sicher bei Freunden oder Verwandten zu Hause waren. Kate baute sich vor ihnen auf, fuchtelte wild mit ihrem Pass und ihrem Presseausweis herum und beschwerte sich lautstark in ihrem übelsten Feldwebeltonfall, aber die beiden ließen sich nicht beeindrucken. Diese Leute sind auf ausdrücklicher Einladung unseres geliebten Königs in unserem Land, sagte Wanji, woraufhin die Polizisten unverzüglich geschäftig wurden. Die Nacht verging mit der Suche nach Pema und Nadja. Als der Morgen graute, waren die gesamten Polizeikräfte, 19 Beamte, im Einsatz, denn es war das Verschwinden von vier weiteren Mädchen in Nadjas Alter aus Tunkala gemeldet worden. Alex berichtete seiner Großmutter von dem Verdacht, dass sich blaue Krieger in der Menschenmenge auf dem Fest befunden hatten, und erzählte ihr, er habe Tex' Gürteltier als tibetanischen Hirten verkleidet gesehen. Zwar habe er versucht, an ihm dran zu bleiben, aber der Amerikaner hatte wohl gemerkt, dass er erkannt worden war und war in der Menge untergetaucht. Kate sprach mit den Polizisten, die fürchteten, es könne eine Panik ausbrechen, und ihr rieten, die Information für sich zu behalten, solange es keine Beweise gab. In den ersten Morgenstunden sprach bereits die ganze Stadt davon, dass einige Mädchen entführt worden waren. Die Geschäfte blieben fast ausnahmslos geschlossen, und die Bewohner der friedlichen Hauptstadt strömten auf die Straße, um zu hören, ob man etwas Neues wusste. Suchtrupps aus Freiwilligen brachen auf und durchkämmten das Umland, aber das war eine entmutigende Aufgabe, denn wie sollte man in dem schroffen Gelände mit seinen subtropischen Wäldern jemanden finden? Schon bald wurde das, was zuerst nur ein Rumoren gewesen war, lauter, baute sich zu einer Flutwelle auf und riss in einem panischen Schrei die ganze Stadt mit. Die Skorpion-Sekte! Zwei Bauern, die nicht auf dem Fest gewesen waren, schworen, sie hätten Reiter gesehen, die im Galopp die Berge hinaufgeprescht waren. Die Hufeisen hätten auf dem Geröll Funken geschlagen, ihre schwarzen Umhänge hätten im Wind geflattert, und im gespenstischen Licht des Feuerwerks hätten sie ausgesehen wie böse Geister. Kurze Zeit später fand eine Familie auf dem Heimweg in ihr Dorf eine lederne Feldflasche voller Schnaps und übergab sie der Polizei. Ein Skorpion war darauf eingebrannt. Wanji war nicht mehr er selbst. Er kniete weinend am Boden, das Gesicht in die Hände vergraben, während seine Frau wie unter Schock neben ihm stand und mit tränenlosen Augen ins Leere starrte. Die Skorpione, das ist dieselbe Sekte wie in Indien, oder? fragte Alex leise. Die blauen Krieger, schluchzte Wanji. Mein armes Kind, ich sehe Pema nie mehr wieder. Nach und nach wurde den Reisenden des International Geographic die Tragweite der Nachricht klar. Diese gewalttätigen Nomaden waren dafür bekannt, dass sie im Norden Indiens wehrlose Dörfer überfielen und Mädchen raubten, die sie zu ihren Sklavenen machten. Eine Frau war bei ihnen weniger wert als ein Messer. Schlimmer als Vieh wurden die Mädchen behandelt. Sie wurden in Höhlen gefangen gehalten und missbraucht. Brachten sie ein Kind zur Welt und war es ein Mädchen, wurde es sofort getötet. War es aber ein Junge, so ließen sie ihn der Mutter, bis er drei Jahre alt war und nahmen ihn ihr dann weg, um ihn für sein Leben als Krieger zu trainieren. Den Kindern wurden Skorpione auf die nackte Haut gesetzt, um sie gegen das Gift abzuhärten. Und bis sie halbwüchsig waren, konnten sie Bisse von Schlangen und Spinnentieren überleben, die für jeden anderen Menschen das sichere Aus bedeutet hätten. Die wenigsten Mädchen überlebten die Gefangenschaft lang. Sie starben an Krankheit oder wurden umgebracht. Wenn sie es aber schafften, 20 Jahre alt zu werden, galten sie als unbrauchbar, wurden von den Skorpionkriegern laufen gelassen und durch andere geraubte Mädchen ersetzt. So ging das immer weiter. Auf den Landstraßen Nordindiens konnte man manchmal diesen zerlumpten, irregewordenen Frauen begegnen, die um etwas zu essen bettelten. Keiner nahm sich ihre an, denn alle hatten Angst vor der Skorpionsekte. Und die Polizei tut nichts dagegen? Alex war kreidebleich geworden. Wo das passiert, gibt es keine Polizei und die Leute sind arm und können sich nicht wehren, sagte Wanji. Sie leben in Angst und Schrecken und trauen sich nicht, gegen die blauen Krieger vorzugehen, weil sie glauben, dass die teuflische Kräfte besitzen und eine Skorpionplage über die Dörfer schicken können, die alle umbringen würde. In die Hände der Skorpionsekte zu fallen, ist das Schlimmste, was einem Mädchen passieren kann. Einige Jahre lebt sie wie ein Tier, muss mit Ansehen, wie ihre Töchter umgebracht werden, die Söhne werden ihr weggenommen und wenn sie das alles überlebt, erwartet sie ein Dasein als Bettlerin, erklärte ihnen Wanji und auch, dass die Bande von Räubern und berufsmäßigen Mördern alle Pässe im Himalaya kannte, die Grenzen nach Belieben überquerte und immer nachts angriff. Sie waren lautlos wie Schatten. Sind sie jemals im verbotenen Reich gewesen? Noch undeutlich hatte Alex das Gefühl, dass etwas an dieser Sache nicht zusammenpasste. Nein, noch nie. Nur in Nepal und Indien, antwortete Wanji. Wieso haben sie diesen weiten Weg gemacht? Ich frage mich, warum sie in eine Stadt wie Tunkala gekommen sind. Das ist doch riskant. Noch dazu an einem Festtag, wenn die Stadt voller Menschen ist und Polizei gibt es hier doch auch. Wir gehen auf der Stelle zum König, entschied Kate. Er muss alles aufbieten, was er hat. Ihr Enkel dachte an Tex' Gürteltier und die schurkigen Kerle, mit denen er sich im roten Fort getroffen hatte. Was hatte dieser Typ mit der ganzen Sache zu tun? Was war auf der Landkarte, die sie gesehen hatten? Er wusste nicht, wo er anfangen sollte, nach Agila zu suchen, aber eins stand fest. Er würde jeden Stein im ganzen Himalaya umdrehen, wenn es nötig war. Er versuchte, sich nicht zu genau auszumalen, was seine Freundin gerade durchmachte. Jede Minute war kostbar. Er musste sie finden, ehe es zu spät war. Wie nie zuvor hätte er jetzt den Jagdinstinkt des Jaguars brauchen können, aber er war viel zu unruhig, um ihn in sich wachzurufen. Der Schweiß lief ihm über Stirn und Rücken, sein Hemd war klatschnass. Nadja und Pema hatten ihre Angreifer nicht gesehen. Es ging alles sehr schnell. Zwei dunkle Decken wurden über sie geworfen. Sie wurden mit Riemen verschnürt und wie zwei Pakete hochgehoben. Nadja hatte geschrien und um sich getreten, aber dann traf sie ein harter Hieb am Kopf und sie verlor das Bewusstsein. Pema dagegen hatte sich nicht gewehrt. Ihr war klar, dass sie im Moment sowieso keine Chance hatte. Besser, sie sparte ihre Kräfte für später. Die Entführer warfen die Mädchen beuchlings aufs Pferd, schwangen sich hinter ihnen hinauf und hielten sie während des Ritz mit eisernem Griff fest. Ihr Sattelzeug bestand aus einer zweilagigen Decke und sie dirigierten ihre Pferde bloß durch den Druck der Schenkel. Sie waren erstklassige Reiter. Nach einer kurzen Weile kam Nadja wieder zu sich und versuchte, noch benommen, zu verstehen, was hier geschah. Zwar war sie nie geritten, aber dass sie jetzt auf einem galoppierenden Pferd lag, das wusste sie sofort. Jeder Hufschlag des Tieres gab ihr einen Stoß in den Magen und auf den Brustkorb. Sie konnte unter der Decke kaum atmen und auf dem Rücken spürte sie den Druck einer riesigen Hand, die sie wie eine Klaue gepackt hielt. Von dem schweißnassen Pferd und den Kleidern des Reiters ging ein durchdringender Geruch aus, aber eben das machte Nadja wieder wach und gab ihr ein paar Anhaltspunkte. Sie war in der Natur und mit Tieren aufgewachsen und hatte eine feine Nase. Ihr Entführer roch nicht wie die Menschen im Verbotenen Reich, die außerordentlich reinlich waren. Bei den Leuten, denen sie hier begegnet war, mischte sich unter den natürlichen Duft von Seide, Leinen und Wolle ein Hauch von den Gewürzen, die sie zum Kochen verwendeten, und von dem Mandelöl, mit dem sich alle das Haar einrieben, bis es schimmerte. Jemanden aus dem Verbotenen Reich hätte Nadja mit geschlossenen Augen am Geruch erkannt. Der Mann, der sie festhielt, war schmutzig, als würde seine Kleidung nie gewaschen, und er verströmte einen bitteren Gestank nach Knoblauch, Kohlen, Schießpulver. Zweifellos war er nicht hier zu Hause. Nadja lauschte gespannt und schätzte, dass außer dem Pferd ihres Entführers noch mindestens vier andere in der Gruppe dabei waren, fünf vielleicht. Sie ritten stetig bergan. Als das Pferd in den Schritt fiel, wurde ihr klar, dass sie den Pfad verlassen haben mussten und jetzt im offenen Gelände unterwegs waren. Sie konnte die Hufe auf dem Geröll hören und spürte, wie das Tier sich anstrengen musste, um den Hang hinaufzukommen. Manchmal rutschte es weg, wierte, und die Stimme des Reiters spornte es in einer Sprache an, die Nadja noch nie gehört hatte. Alle Knochen taten ihr weh, aber wegen der Fesseln konnte sie ihre Lage kein bisschen verändern. Die Stöße gegen ihre Rippen waren so schmerzhaft, dass sie Angst bekamen, sie würden brechen. Wie konnte sie bloß eine Spur hinterlassen? Jaguar würde bestimmt alles daran setzen, sie zu finden, aber diese Berge waren wie ein Irrgarten aus Felswänden und Klüften. Ein Schuh! Ich müsste einen Schuh fallen lassen, dachte sie, aber das war unmöglich, denn sie trug ihre geschnürten Bergschuhe. Irgendwann später, als die beiden Mädchen schon vollkommen zerschlagen und halb besinnungslos waren, hielten die Reiter an. Mühsam versuchte Nadja wieder zu sich zu kommen und lauschte angestrengt. Die Reiter stiegen ab, sie wurde erneut hochgehoben und wie ein Bündel auf die Erde geworfen. Sie fiel auf Steine, sie hörte Pema wimmern und gleich darauf löste jemand die Riemen und die Decke wurde weggerissen. Nadja holte tief Luft und schlug die Augen auf. Das erste, was sie sah, waren das schwarze Himmelsgewölbe und der Mond, dann zwei dunkle, bärtige Gesichter, die sich über sie beugten. Der nach Knoblauch, Schnaps und etwas ähnlichem wie Tabak stinkender Atem der Männer traf sie wie ein Fausthieb. Zwei tief in den Höhlen sitzende Augenpaare blitzten sie böse an und dann lachten die Männer höhnisch auf. Sie hatten kaum noch Zähne im Mund und die paar übrig gebliebenen waren fast schwarz. Leute mit solchen Zähnen hatte Nadja in Indien gesehen und Kate hatte ihr dort erklärt, dass diese Leute Betel kauten. Trotz der Dunkelheit hatte Nadja die Männer sofort wiedererkannt. Sie sahen aus wie die Männer im Roten Fort, die Skorpionkrieger. Die Entführer zerrten sie auf die Beine, aber sie mussten sie stützen, weil ihr die Knie wegsackten. Einige Schritte konnte sie Pema sehen, die sich vor Schmerzen krümmte. Sie wurden vorwärts gestoßen, einer der Entführer blieb mit den Pferden zurück, die übrigen kletterten mit den Gefangenen weiter den Berg hinauf. Nadja hatte richtig geschätzt, es waren fünf Reiter gewesen. Sie waren etwa eine Viertelstunde gegangen, als aus der Nachtschwärze plötzlich eine Gruppe Männer auftauchte, alle in dunklen Tuniken, bärtig und mit Dolchen im Gürtel. Nadja kämpfte gegen ihre Angst an, versuchte mit dem Herzen zu hören, weil sie wissen wollte, was die Männer miteinander sprachen, aber der Schmerz und die Furcht waren übermächtig. Während die Männer redeten, schloss sie die Augen und stellte sich vor, sie wäre ein Adler, wäre die Königin der Lüfte, ihr Totemtier. Für einen kurzen Augenblick hatte sie das Gefühl, sich wie ein mächtiger Vogel in die Lüfte zu schwingen, sah unter sich die Berge und sehr weit entfernt auch das Tal, in dem die Stadt Tunkala lag. Ein Stoß brachte sie auf den Erdboden zurück. Die blauen Krieger entzündeten Fackeln, grobe Holzstangen, deren mit dreißig umwickelte Enden in Fett getränkt waren. In ihrem flackernden Schein führten sie die beiden Gefangenen auf einem schmalen Wildwechsel in eine Steilwand. Gegen die Felsen gepresst, arbeiteten sie sich mühsam vorwärts, unter ihnen klaffte der Abgrund. Eiskalte Böen trafen die Haut wie Messerstiche. Zwischen den Felsen war Schnee angeweht und manche Stellen waren vereist, obwohl Sommer war. Wie ist es hier erst im Winter? fragte sich Nadja und dachte an Pema in ihrem Seidensarron und den Sandalen. Sie wollte ihr die Daunenjacke geben, aber als sie anstalten machte Pema war irgendwo hinter ihr und Nadja konnte sie nicht sehen, aber bestimmt war dieser Aufstieg für sie eine noch viel schlimmere Tortur. Zum Glück dauerte er nicht sehr lange. Sie erreichten ein paar dornige Sträucher, die von den Männern beiseite gebogen wurden. Die Fackeln beleuchteten den Eingang zu einer perfekt getarnten Höhle. Für einen Moment wurde Nadja schwarz vor Augen. Wie sollte Jaguar sie hier jemals finden? Die Höhle war geräumig und bestand aus mehreren einzelnen Grotten. Bündel lagen herum, Waffen, Zaumzeug und Decken, Säcke mit Reis, Linsen, getrocknetem Gemüse und Nüssen reiten sich an den Wänden und darüber hingen lange Knoblauch Zöpfe. So wie dieses Lager aussah, hatten sich ihre Entführer hier schon einige Tage aufgehalten sie noch länger bleiben. Gleich am Eingang war ein schauerlicher Altar aufgebaut. Über einem Steinhaufen thronte eine Statue der schrecklichen Göttin Kali inmitten von Totenschädeln und anderen Menschenknochen zwischen ausgestopften Ratten, Schlangen und Echsen und davor standen Tonschalen mit einer dunklen Flüssigkeit, die aussah wie Blut und verschlossene Glasgefäße voller schwarzer Skorpione. Beim Eintreten knieten die blauen Krieger vor dem Altar nieder, tauchten ihre Finger in eine der Tonschalen und leckten sie dann ab. Nadja sah, dass in den Scharpen der Männer ein Arsenal von Säbeln, Dolchen und Messern steckte. Pema und Nadja wurden in den hinteren Teil der Höhle gestoßen, auf eine massige Frau zu, die unter einem zerlumpten Hundefell aussah wie eine Hyäne. Ihre Haut war so bläulich verfärbt wie die der Männer, ihre rechte Wange war vom Auge bis zum Kinn mit einer abstoßenden Narbe gezeichnet, als hätte ihr jemand mit dem Messer das halbe Gesicht zerschnitten und in ihre Stirn war ein Skorpion eingebrannt. Sie hielt eine kurze Peitsche in der Hand. Hinter ihr kauerten zitternd vor Kälte und Angst vier gefangene Mädchen neben einem Feuer. Die Aufpasserin knurrte etwas und gab Nadja und Pema mit einer Kopfbewegung zu verstehen, sie sollten sich zu den anderen setzen. Nadja war die Einzige, die Wintersachen trug. Alle anderen waren in die Seidensarons gekleidet, die sie zum Geburtstagsfest des Königs getragen hatten. Also müssen sie mit uns zusammen entführt worden sein, dachte Nadja und schöpfte wieder etwas Hoffnung, denn bestimmt war bereits die Polizei ausgerückt, um zu Land und aus der Luft nach ihnen zu suchen. Ein Wimmern empfing Nadja und Pema, aber als sich die Aufpasserin mit erhobener Peitsche über die gefangenen Mädchen beugte, erstarb es sofort und sie hielten schützend die Arme vors Gesicht. Nadja und Pema blieben dicht beieinander. Kaum fühlte sich Nadja für einen Moment unbeobachtet, hüllte sie Pema in ihre Jacke und flüsterte ihr ins Ohr, sie solle bloß den Mut nicht verlieren, irgendwie würden sie schon einen Weg aus dieser Hölle finden. Augen, die Nadja immer nur heiter gesehen hatte, standen Mut und Entschlossenheit. Nadja drückte Pemas Hand, beide waren froh, hier nicht allein zu sein. Einer der Skorpionkrieger starrte Pema schon die ganze Zeit an. Jetzt machte er ein paar Schritte auf sie zu und baute sich mit einer Hand am Dolchgriff vor ihr auf. Wie alle anderen trug auch er eine schmutzstarrende blau verfärbt und seine Zähne dunkel vom Betel, aber er hatte etwas Autoritäres an sich und die anderen kuschten vor ihm. Offensichtlich hatte er hier das Sagen. Pema rappelte sich hoch und hielt seinem grausamen Blick stand. Er streckte die Hand aus und betatschte ihr langes Haar, das wie Seide durch seine verdreckten Finger glitt. Es verströmte einen schwachen Duft nach Jasmin. Der Mann schien verwirrt zu sein, fast bewegt, als hätte er noch nie in seinem Leben etwas derart Kostbares berührt. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung machte Pema sich los. Falls sie Angst hatte, ließ sie es sich nicht anmerken. Im Gegenteil, ihre ganze Haltung hatte etwas so herausforderndes, dass die Narbenfrau und die Krieger ihren Anführer gebannt anstarrten und den am Boden kauenden Mädchen für einen Moment der Atem stockte, weil sie sicher waren, er würde die Gefangene für diese Unverfrorenheit schlagen, aber dann trat er bloß einen Schritt von ihr weg. Er rotzte Pema vor die Füße und ging zu seinen Kumpanen zurück, die auf der anderen Seite des Feuers am Boden hockten. Sie hatten eine Landkarte vor sich ausgebreitet, tranken aus ihren Nadja nahm an, dass es dieselbe oder eine ähnliche Karte war wie im Roten Fort. Sie begriff nichts von dem, was die Männer redeten, zu sehr quälten sie die Ereignisse der letzten Stunden, als dass sie mit dem Herzen hätte hören können. Pema flüsterte ihr ins Ohr, dass sie einen nordindischen Dialekt sprachen und sie einige Wörter verstand, Drache, Wege, Kloster, Amerikaner und König. Dann musste sie den Mund halten, denn die Narbenfrau hatte sie gehört, schwang ihre Peitsche und fauchte die beiden an. Die anderen kreischten vor Angst auf, aber von Pema und Nadja kam kein Laut. Sie schlugen nur die Augen nieder, um die Aufpasserin nicht noch mehr zu reizen. Als die sich dann etwas später am Feuer zu schaffen machte, flüsterte Pema Nadja ins Ohr, dass alle Frauen, die von den blauen Kriegern jemals freigelassen worden waren, das Brandzeichen des Skorpions auf der Stirn trugen und dass viele von ihnen nicht sprechen konnten, weil man ihnen die Zunge herausgeschnitten hatte. Vom Grauen gepackt sagten Nadja und Pema nichts mehr, aber sie verständigten sich durch Blicke. Die anderen vier, die kurz zuvor hierher verschleppt worden sein mussten, zuckten bei jeder Bewegung in der Höhle zusammen, als wüssten sie etwas, wovon Nadja keine Ahnung hatte, aber sie traute sich nicht danach zu fragen. Auch Pema schien zu wissen, was ihnen bevorstand, aber sie war einige Jahre älter, außerdem mutig und offenbar entschlossen, um ihr Leben zu kämpfen. Etwas von dieser Stärke übertrug sich auch auf die anderen, die unwillkürlich etwas näher an Pema herangerückt waren, als könnte sie ihnen Schutz bieten. Nadja empfand große Bewunderung für ihre Freundin und gleichzeitig fühlte sie sich elend, weil sie sich mit den anderen, die kein Wort Englisch sprachen, nicht verständigen konnte. Es war schlimm, dass sie so anders war als sie. Der Anführer gab einen Befehl und die den Flammen hing, verteilte sie Essen unter den Männern, aber an weiteren Befehl hingab sie missmutig auch den Gefangenen etwas. Nadja bekam einen Blechnapf, in dem ein brockiger grauer Brei dampfte. Ein Schwall Knoblauch stieg ihr in die Nase und ließ sie wirken. Ich muss essen, dachte sie. Wenn ich herauskommen will, brauche ich alle meine Kräfte. Sie nickte Pema zu und beide hoben sich die Näpfe an den Mund. Sie würden sich nicht so einfach unterkriegen lassen. Die ihnen zugewiesen wurde hinknien sollten, bis sie aufgefordert wurden, sich zu setzen und dass sie das Wort nicht an den König richten sollten, ehe der sie ansprach. Falls man ihnen etwas zu essen oder Tee anbot, sollten sie dreimal dankend ablehnen und dann langsam und schweigend essen, um ihre Achtung gegenüber den Speisen auszudrücken. Es galt als unhöflich, während des Essens zu sprechen. Borobah sollte vorsichtshalber bei Pema bleiben, Wangji wusste nicht, was das Protokoll in Bezug auf Affen vorsah. Kate Cole schaffte es, ihren Laptop an eine der Telefondosen des Hotels anzuschließen und konnte so Nachrichten an den International Geographic und an Professor Ludwig Leblanc schicken. Der Kerl war zwar nicht ganz richtig im Kopf, aber man musste zugeben, dass er auch eine unerschöpfliche Informationsquelle war. Kate fragte ihn nach der Ausbildung der Könige und nach den Geschichten über den goldenen Drachen. Es dauerte nicht lange, da bekam sie eine vermutlich erschöpfende Antwort in Form eines seitenlangen Aufsatzes und beschloss, die Lektüre auf später zu verschieben. Pema begleitete Kate und Nadja zu einem Laden, in dem Sarongs verkauft wurden und jede der beiden kaufte sich drei, denn falls es regnete, mussten die Röcke Zeit zum Trocknen haben. Sie hatten einige Mühe damit, den Stoff richtig zu wickeln und ihn dann mit den scharpen Fteran Tex Gürteltier und die schurkigen Kerle, mit denen er sich im Roten Fort getroffen hatte. Was hatte dieser Typ mit der ganzen Sache zu tun? Was war auf der Landkarte, die sie gesehen hatten? Er wusste nicht, wo er anfangen sollte, nach Agila zu suchen, aber eins stand fest, er würde jeden Stein im ganzen Himalaya umdrehen, wenn es nötig war. Er versuchte, sich nicht zu genau auszumalen, was seine Freundin gerade durchmachte, jede Minute war kostbar. Er musste sie finden, ehe es zu spät war. Wie nie zuvor hätte er jetzt den Jagdinstinkt des Jaguars brauchen können, aber er war viel zu unruhig, um ihn in sich wach zu rufen. Der Schweiß lief ihm über Stirn und Rücken, sein Hemd war klatschnass. Nadja und Pema hatten ihre Angreifer nicht gesehen. Es ging alles sehr schnell. Zwei dunkle Decken wurden über sie geworfen. Sie wurden mit Riemen verschnürt und wie zwei Pakete hochgehoben. Nadja hatte geschrien und um sich getreten, aber dann traf sie ein harter Hieb am Kopf und sie verlor das Bewusstsein. Pema dagegen hatte sich nicht gewehrt. Ihr war klar, dass sie im Moment sowieso keine Chance hatte. Besser sie sparte ihre Kräfte für später. Die Entführer warfen die Mädchen beuchlings aufs Pferd, schwangen sich hinter ihnen hinauf und hielten sie während des Ritz mit eisernem Griff fest. Ihr Sattelzeug bestand aus einer zweilagigen Decke und sie dirigierten ihre Pferde bloß durch den Druck der Schenkel. Sie waren Stätte. Das Flugzeug war nur winzig klein. Während sie also diese Angelegenheiten erledigte, erlaubte sie Nadja und Alexander sich allein das rote Fort anzusehen, das nicht weit vom Hotel entfernt war. Ihr trennt euch auf gar keinen Fall und dass ihr mir vor Sonnenuntergang wieder im Hotel seid, hatte Kate gesagt. Bis zu seiner Unabhängigkeit 1949 war Indien britische Kolonie gewesen und hatte mit seinen Reichtümern an Gewürzen, Stoffen und Tee als das kostbarste Juwel der britischen Krone gegolten. Damals war das rote Fort von den englischen Truppen als Stützpunkt genutzt worden. Danach stand es leer. Für die Touristen war nur ein kleiner Teil dieser monumentalen Festungsanlage geöffnet. Kaum jemand wusste etwas von ihren Eingeweiden, einem wahren Labyrinth aus unterirdischen Gängen und verborgenen Kammern, das sich wie die Tentakel eines Tintenfischs unter der Stadt erstreckte. Nadja und Alex mischten sich unter eine Gruppe von Touristen, denen ein Fremdenführer auf Englisch erklärte, was es zu sehen gab. Bis ins Innere des Forts drang die schwüle Mittagshitze nicht vor. Hier war es kühl und die Feuchtigkeit der Jahrhunderte hatte grüne Algenflecken an den Mauern sprießen lassen. In der Luft hing ein beißender Gestank, der Geruch von Tausenden und Abertausenden von Ratten, die in den Kellern lebten und setzte sich neben die anderen auf den Boden. Sie trug ein schlichtes Kleid, die Lederhandtasche, von der sie sich offensichtlich nie trennte über der Schulter, und außer einem breiten, aus geschnitzten Knochen zusammengesetzten afrikanischen Armreif keinerlei Schmuck. Da plötzlich sprang Che-Wang, der Leopard des Königs, der sich die ganze Zeit ruhig verhalten und alles aufmerksam beobachtet hatte, mit einem Satz vom Podest herunter, baute sich vor Alex auf und zog die Lefzen zu einer bedrohlichen Grimasse zurück, sodass man seine messerscharfen Reißzähne sehen konnte. Erschrocken starrten die Anwesenden ihn an, und zwei Wachen traten vor, um den Leoparden zu packen, aber der König gebot ihnen durch eine Handbewegung Erschrochte aber nicht. Unwillkürlich hatte Alex die Brille abgenommen, sich nach vorn gebeugt und ahmte jetzt auf allen Vieren die fauchende Raubkatze nach. Seine Hände waren in den Teppich gekrallt und er zeigte die Zähne. Nadja, die reglos neben ihm saß, begann mit einem Mal merkwürdige Laute von sich zu geben, eine Art Schnurren. Sofort wandte sich der Leopard zu ihr um, sein Schwanz peitschte den Boden, er streckte die Schnauze vor und beschnupperte Nadjas Gesicht. Dann glaubten die Anwesenden ihren Augen nicht zu trauen, denn plötzlich ließ er sich von Nadja auf den Boden fallen, rollte sich auf Licht entgangen und sie ahnte, dass gegen die Neugier der beiden kein Kraut gewachsen war. Eine Stunde später war die Gruppe des International Geographic am Flughafen versammelt, um die Maschine nach Tunkala zu nehmen. Judith Kinski gesellte sich zu ihnen, denn auch sie würde mit in die Hauptstadt des verbotenen Reichs fliegen. Die Gartenarchitektin trug ein weißes Leinenkleid und darüber einen dazu passenden leichten Mantel. Sie hatte Stiefel an und die abgeschabte Lederhandtasche dabei, die sie schon kannten. Auf einem Gepäckwagen standen zwei Koffer aus einem dicken Teppichstoff, die teuer, aber ebenfalls ziemlich gebraucht aussahen. Sie musste viel damit gereist sein, allerdings wirkten weder ihre Kleidung noch ihr Gepäck nachlässig. Dagegen sahen die Mitglieder der Expedition des International Geographic aus, als hätten sie sie soeben mit ihrer letzten Habe vor einer Naturkatastrophe gerettet, wie sie da in ihren verwaschenen zerknautschten T-Shirts zwischen all den Kisten und Rucksäcken standen. Das Flugzeug war eine alte Propellermaschine, die Platz für acht Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder bot. Außer ihnen gingen ein indischer Geschäftsmann und ein junger Arzt an Bord. Der hatte gerade seinen Abschluss an einer Universität in Neu-Delhi gemacht und kehrte nun nach Hause zurück. Nadja war schon jetzt schweißgebadet und Timothy Bruce raunte dieses Miniflugzeug könne es doch unmöglich mit den Bergen keine Ahnung vielleicht haben sie keine aber wenn sie von klein auf zum Kämpfen ausgebildet werden muss es in der Sekte doch Kinder geben ließ Nadja nicht locker möglich dass sie sich welche stehlen oder kaufen in diesem Land gibt es viel Elend viele Kinder werden verlassen oder verkauft wenn ihre Eltern sie nicht ernähren können was hat Tex Gürteltier bloß mit der Skorpion Sekte zu schaffen Alex starrte vor sich hin bestimmt nichts Gutes sagte Nadja glaubst du es hat was mit Drogen zu tun im Flugzeug hat er doch davon gesprochen dass es im verbotenen Reich jede Menge Marihuana und Opium gibt der Kerl läuft uns hoffentlich nicht mehr über den Weg aber falls doch legt ihr euch nicht mit ihm an ist das klar kates ton duldete keinen widerspruch nadja und Alex nickten aber kate war der blick den sie sich zugeworfen hatten nicht entgangen und sie ahnte dass gegen die neugier der beiden kein kraut gewachsen war eine stunde später war die gruppe des international geographic am flughafen versammelt um die maschine nach tunkala zu nehmen judith kinski gesellte sich zu ihnen denn auch sie würde mit fliegen die garten architektin trug ein weißes leinen kleid und darüber einen dazu passenden leichten mantel sie hatte stiefel an und die abgeschabte lederhandtasche dabei die sie schon kannten auf einem schon seit über einer stunde weg nein sind mir nicht über den weg gelaufen sagte kate sie sind zum hotel gegangen weil nadja ihre jacke holen wollte aber sie müssten längst zurück sein ich gehe sie besser suchen und weg war er die kommen schon wieder hier kann man sich nicht verlaufen rief kate ihm hinterher alex fand die beiden nicht im hotel zwei stunden später waren alle besorgt denn seit geraumer zeit hatte niemand mehr pema und nadja unter den feiernden gesehen wangi ließ sich von jemandem ein fahrrad um zu hause nachzusehen vielleicht war pema ja sie sind verschwunden rief er schon von weitem es kann ihnen nichts passiert sein versuchte kate ihn zu beruhigen wir sind hier im sichersten land der welt das haben sie doch selbst gesagt mittlerweile waren kaum noch leute in den straßen nur einige nimmermüde studenten und ein paar frauen die die abfälle zusammenkehrten und die essensreste von den tischen räumten in der luft hing ein geruch von blumen und schießpulver sie könnten doch mit ein paar studenten unterwegs sein sagte timothy bruce wangee versicherte ihnen das sei ausgeschlossen pema würde so etwas niemals tun kein mädchen das auf sich hielt würde sich nachts allein ohne erlaubnis der eltern herumtreiben sie beschlossen zur polizeiwache zu gehen wo zwei übermüdete polizisten die seit dem morgengrauen im dienstgang etwa drei meter weiter in ein keller gewölbe mündete wie der vorratsraum den sie gerade verlassen hatten tecks gürteltier der mann mit der dunklen tunika und noch zwei andere die genauso gekleidet waren hockten im kreis um eine öllampe in deren schwach flackerndem schein sie gut zu sehen waren näher konnten Nadja und Alex nicht herangehen denn dort gab es keine Deckung mehr die Typen sahen nicht aus als würden sie sich über besuch freuen Alex schoss kurz durch den kopf dass keine menschenseele wusste wo sie waren es konnte tage vielleicht wochen dauern bis jemand ihre abgenagten knochen hier fand und er wäre daran schuld wenn Nadja etwas passierte schließlich war es seine idee gewesen hinter tecks gürteltier herzugehen und das hier fand er jetzt überhaupt nicht mehr komisch die Männer redeten englisch miteinander und tecks gürteltier war gut zu verstehen aber bei den anderen konnte man bloß raten was es heißen sollte eins war allerdings auch ohne worte schnell klar es ging um ein geschäft sie sahen wie tecks gürteltier dem einen der offensichtlich der anführer war ein bündel geld scheine in die hand drückte dann besprachen die vier lange so etwas wie einen Aktionsplan es war von waffen die rede von bergen und von einem tempel oder palast da waren sich alex und nadja nicht ganz sicher der anführer faltete eine landkarte auf legte sie auf den boden reise in die stadt der wilden götter gesehen hatten damals hatten sie gedacht diese tiere seien die letzten einer art die vor vielen tausend jahren im amazonas gebiet heimisch gewesen war doch dieser teppich bewies dass es solche drachen auch einmal in asien gegeben haben musste der könig trug das gleiche mönchs gewand wie am vortag zusätzlich aber eine sonderbare kopfbedeckung eine art helm aus stoff vor seiner brust hing das medaillon das seine königswürde symbolisierte eine sehr alte mit korallen besetzte scheibe aus gold er saß im lotossitz auf einem etwa fünfzig zentimeter hohen podest in katzenmanier hingestreckt hatte neben dem könig ein prächtiger leopard gelegen der sich sofort mit gespitzten ohren aufgesetzt hatte als die besucher näher traten und jetzt mit gefletschten zähnen alex anstarrte der könig legte ihm die hand auf den rücken was das tier etwas zu beruhigen schien aber der blick seiner schmalen pupillen ließ alex keinen moment los auf der linken seite des raumes saßen und standen etliche würdenträger pompös herausgeputzt in ihren edlen gestreiften gewändern bestickten westen und hüten die mit großen goldblättern verziert waren wobei allerdings die italienischen schuhe und schwarzen aktenkoffer nicht so recht ins bild passen wollten ihnen gegenüber saßen eine reihe mönche in dunkelroten umhängen lange sie auf eine antwort schämme denn im verbotenen reich würde sie vielleicht keinen internet anschluss haben weil sie nun schon einmal dabei war schrieb sie gleich noch eine mail an ihren freund isaac rosenblatt um ihn nach diesem goldenen drachen zu fragen den es angeblich in dem land gab in das sie fuhren zu ihrer überraschung meldete sich der juwelier sofort mädchen wie schön von dir zu hören natürlich weiß ich etwas über diese statue jeder juwelier der etwas auf sich hält kennt die beschreibung es handelt sich nämlich um eines der ungewöhnlichsten objekte der welt und um eines der kostbarsten noch dazu allerdings hat außer den königen nie irgendwer diesen berühmten drachen gesehen und fotos gibt es auch keine nur einige zeichnungen er ist ungefähr zwei fuß lang und es heißt er sei aus purem gold aber das ist noch nicht alles die goldschmiedearbeit ist sehr alt und einzigartig schön außerdem ist er mit edelsteinen besetzt allein die beiden völlig gleichen makellosen sternrubine in seinen augen sind ein vermögen wert warum fragst du du willst ihn doch nicht etwas stehlen wie diese drei amazonas diamanten anstatt ihm noch einmal zu erzählen dass Nadja die steine gefunden hatte versicherte kate dem juwelier genau das habe sie vor ihr konnte es nur recht sein wenn isaac rosenblatt ihr einen coup dieser größen ordner aus thunkala gemeldet worden alex berichtete seiner großmutter von dem verdacht dass sich blaue krieger in der menschenmenge auf dem fest befunden hatten und erzählte ihr er habe tex gürteltier als tibetanischen hirten verkleidet gesehen zwar habe er versucht in der menge untergetaucht kate sprach mit den polizisten die fürchteten es könne eine panik ausbrechen und ihr rieten die information für sich zu behalten solange es keine beweise gab in den ersten morgenstunden sprach bereits die ganze stadt davon dass einige mädchen entführt worden waren die geschäfte blieben fast ausnahmslos geschlossen und die bewohner der friedlichen hauptstadt strömten auf die Straße um zu hören ob man etwas neues wusste suchtrupps aus freiwilligen brachen auf und durch kämpden das umland aber das war eine entmutigende aufgabe denn wie sollte man in dem schroffen gelände mit seinen subtropischen wäldern jemanden finden schon bald wurde das was zuerst nur ein rumoren gewesen war lauter baute sich zu einer flutwelle auf und riss in einem panischen schrei die ganze stadt mit die skorpion sekte zwei bauern die nicht auf dem fest gewesen waren schworen sie hätten reiter gesehen die im galopp die berge hinauf geprescht waren die hufeisen hätten auf dem geröll funken geschlagen ihre schwarzen umhänge hätten im wind geflattert und im gespenst tiefen verbeugungen rückwärts den saal bloß kate hatte sich derart in ihrem sauron verheddert dass ihr schließlich nichts anderes einfiel als ihn bis über die knie zu raffen und der saaltür entgegen zu stolpern wobei sie dem könig den rücken zu kehrte che wang folgte nadja bis zum ausgang des palastes drückte ihr die warme schnauze in die hand ließ alex jedoch keinen moment aus den augen nicht hingucken jaguar er ist ziemlich eifersüchtig auf der sammler schreckte aus dem schlaf weil das telefon auf seinem nachttisch klingelte es war zwei uhr morgens nur drei menschen kannten die nummer dieses apparats sein arzt der boss seines persönlichen sicherheitsdienstes und seine mutter dieses telefon hatte seit monaten nicht geklingelt der sammler hatte weder seinen arzt noch den boss seines sicherheitsdienstes gebraucht und was seine mutter anging so war die wie gerade in der antarktis und fotografierte pinguine die alte dame verbrachte ihren lebensabend an bord diverser luxusleiner die sie in einer immerwährenden reise kreuz und quer über die meere der welt schipperten machte ihr dampfer in irgendeinem hafen fest erwartete sie am kai schon ein angestellter mit dem ticket für die nächste kreuzfahrt ihr sohn hatte herausgefunden dass er sie auf diese weise bodenhäusern an lernten die glockenförmigen buddhistischen gedenkhäuschen kennen die stupas besichtigten tempel und besuchten einige der klöster die sich umgeben von dichten wäldern und blumenwiesen zu dutzenden in die falten der berghänge schmiegten bis sich wangi schließlich erbot ihnen auch noch die universität zu zeigen sie lag in einem park in dem wasserfälle rauschten und scharen von vögeln die alten bäume bevölkerten mit ihren pagoden den buddabildern an den außenmauern und den gebetsfahnen vor den eingängen sah die universität eher aus wie eine ansammlung von klostergebäuden in kleinen grüppchen gingen studenten auf den parkwegen spazieren und den besuchern kam die art wie sie sich miteinander unterhielten sehr förmlich vor ganz anders als bei studenten an westlichen universitäten der rektor empfing sie und bat kate cold den studenten etwas über die zeitschrift international geographic zu erzählen die von vielen regelmäßig in der bibliothek gelesen wurde wir haben nur sehr selten die gelegenheit solch illustre gäste in unserer bescheidenen universität zu begrüßen sagte er mit einer tiefen verbeugung also fanden sich kate die fotografen alex und nadja kurze zeit später in einem hörsaal wieder in dem sich die 190 studenten der universität mit ihren professoren versammelt hatten fast alle konnten wenigstens ein paar brocken englisch denn die lust waren dass den gästen schon vom geruch die tränen in die augen schossen und kate einen hustenanfall bekam es wurde mit der hand gegessen indem man erst kleine kügelchen formte und die höflichkeit gebot sie zunächst den gästen anzubieten es fehlte nicht viel und alex und nadja hätten beim ersten bisschen laut aufgeschrien wie konnte etwas nur derart scharf sein es brannte als hätten sie sich glühende kohlen in den mund geschoben zwischen zwei hustern raunte kate ihnen zu sie sollten ihre gastgeber nicht vor den kopf stoßen aber die wussten nur zu gut dass für einen ausländer das essen im verbotenen reich ungenießbar ist sie kugelten sich vor lachen und trommelten mit füßen ihnen tee um den brand zu löschen und zeigte auf einen teller mit dem gleichen gemüse allerdings ohne die scharfen gewürze alex und nadja warfen sich einen vielsagenden blick zu am amazonas hatten sie gegessen was man ihnen vorsetzte sei es nun gegrillte schlange oder tote indianer knochensuppe und jetzt sollten sie einfach so klein beigeben sie dankten mit vor dem gesicht gefalteten händen und einer neigung des kopfes dann formte sich jeder der beiden noch einmal so eine glut kugel und stopfte sie sich mit todes verachtung in den mund am nächsten tag sollte ein religiöses fest bitter kalt geworden aber das fest ging unvermindert weiter dann erstrahlte der himmel und begleitet vom jubel der staunenden Menge zauberten die chinesen Wasserfälle aus Licht Hitze von Santa Maria della Lluvia gewöhnt schnatterte Nadja bald vor Kälte Pema erbot sich mit ihr zum Hotel zu gehen damit sie etwas warmes anziehen konnte und die beiden nahmen Borobah mit denn seit das Feuerwerk begonnen hatte war der kleine Affe völlig verstört also übernahm es Alex jetzt allein aus einiger Entfernung Tex Gürteltier zu beobachten Nadja war froh dass Kate Zähneklapper Konzert geben können unter Pemas belustigten Blicken packte sie den Affen in den Baby Anorak dann schlüpfte sie in eine lange Hose zog dicke Socken an die Bergschuhe darüber und schnappte sich ihre Daunenjacke Pema reichte der leichte Sauron aus Seide Los komm wir verpassen das Beste vom Fest drängelte sie sie hasteten nach draußen der Mond und die bunten Lichtkaskaden erhellten die Nacht Hast du Pema und Nadja gesehen Kate Nach Alexanders Schätzung waren die beiden schon seit über einer Stunde weg Nein sind mir nicht über den Weg gelaufen sagte Kate Sie sind zum Hotel gegangen weil Nadja ihre Jacke holen wollte aber sie müssten längst zurück sein die Gartenanlage die von der Straße durch eine hohe Mauer getrennt war Die Leute die dort unten kampieren werden auf der Straße geboren sie verbringen ihr ganzes Leben auf der Straße und sterben auf der Straße außer den Kleidern die sie am Leib tragen und ein paar Kochtöpfen besitzen sie gar nichts es sind die unberührbaren die ärmsten der Armen sagte Timothy Bruce der neben Alex an die Brüstung getreten war und deutete auf die Behausungen aus Lumpen am Straßenrand auf der anderen Seite der Mauer Alex spürte das Zorn und Abscheu in ihm hochkochten wie er da auf dem Balkon dieses protzigen Hotels stand und auf all das Elend hinuntersah später traf er Nadja und dachte ihr müsse es ähnlich gehen aber sie verstand gar nicht was er meinte sie selbst besaß nur das Lebensnotwendige und fühlte sich von dem Prunk des Palastes wie erschlagen ich glaube draußen bei den unberührbaren würde ich mich wohler fühlen als hier drinnen mit all diesen Sachen Jaguar mir ist übel hier gibt es nicht ein einziges Stück nackte Wand nirgends kann man die Augen ausruhen zu viel Luxus ich ersticke und was katzbuckeln diese Prinzen hier dauernd um uns herum sie nickte in Richtung der Männer mit den Brokat uniformen und den federverzierten Turbanen das sind doch keine Prinzen Agila gluckste Alex das sind die Hotel Angestellten sag ihnen sie sollen weg gehen wir brauchen sie nicht das ist ihr Job wenn ich sie weg schicke sind sie beleidigt robbten auf den knien nach vorn um dem König eine Kiste mit dem ersten Jahrgang des International Geographic zu überreichen mit den zwölf Ausgaben aus dem Jahr 1888 und als Dreingabe eine Seite eines Original Manuskripts von Charles Darwin die der Herausgeber der Zeitschrift wie durch ein Wunder in einem Londoner Antiquariat aufgetrieben hatte der König bedankte sich und reichte ihnen ein in ein Tuch eingeschlagenes Buch Wanji hatte ihnen gesagt man dürfe Geschenke nicht gleich auspacken denn das galt als ein Zeichen von Ungeduld und wurde nur Kindern nachgesehen Timothy Bruce nahm das Päckchen eben entgegen als ein Beamter Judith Kinski ankündigte jetzt begriffen die fünf Besucher auch warum sie die Frau am Morgen nicht im Hotel gesehen hatten sie wohnte im Königspalast sie grüßte mit einer leichten Neigung des Kopfes und setzte sich neben die anderen auf den Boden sie trug ein schlichtes Kleid die Lederhandtasche von der sie sich offensichtlich nie trennte über der Schulter und außer einem breiten aus geschnitzten Knochen zusammengesetzten afrikanischen Armreif keinerlei Schmuck da plötzlich sprang Chewan der Leopard des Königs der sich die ganze Zeit ruhig verhalten und alles aufmerksam beobachtet hatte mit einem Satz vom Podest herunter baute sich vor Alex auf und zog die Lefzen zu einer bedrohlichen Grimasse zurück so dass man seinem Messerscharzdienstes und seine Mutter dieses Telefon hatte seit Monaten nicht geklingelt der Sammler hatte weder seinen Arzt noch den Boss seines Sicherheitsdienstes gebraucht und was seine Mutter anging so war die gerade in der Antarktis und fotografierte Pinguine die alte Dame verbrachte ihren Lebensabend an Bord diverser Luxus Liner die sie in einer immerwährenden Reise kreuz und quer über die Meere der Welt schipperten machte ihr Dampfer in irgendeinem Hafen fest erwartete sie am Kai schon ein Angestellter mit dem Ticket für die nächste Kreuzfahrt ihr Sohn hatte herausgefunden dass er sie auf diese Weise bei Laune halten konnte und nicht zu sehen brauchte woher haben sie diese Nummer schnaubte der zweit reichste Mann der Welt als er trotz des Stimmenverzerrers erkannte wer ihn da mitten in der Nacht störte Geheimnisse aufzudecken ist Teil meiner Arbeit entgegnete der Spezialist irgendwas neues bald werden sie das gewünschte in ihrer Gewalt haben weshalb belästigen sie mich dann weil sie wissen sollten dass ihnen der goldene drache nichts nützt wenn sie ihn nicht gebrauchen können sagte der Spezialist dafür habe ich schließlich das Pergament übersetzen lassen das ich bei diesem chinesischen general gekauft habe glauben sie im ernst etwas derart wichtiges und geheim steht einfach auf einem stück papier der text ist verschlüsselt dann knacken sie den code dafür bezahle ich sie schließlich falsch entgegnete die verspektvoll zu neigen aber er ist doch verheiratet ich dachte mönche durften das nicht sagte Kate cold viele mönche leben tatsächlich im zölibat aber der könig soll heiraten damit der krone kinder geschenkt werden seine majestät ist witwer seine geliebte gattin starb vor zehn jahren wie viele kinder hat er denn sie wurden mit vier söhnen und fünf töchtern gesegnet einer seiner söhne wird einmal könig sein hier ist es nicht wie in england wo der älteste die krone erbt bei uns wird der sohn mit dem reinsten herzen zu unserem könig wenn sein vater stirbt erklärte ihnen wangi wie weiß man welcher das reinste herz hat wollte nadja wissen der könig und die königin kennen ihre kinder gut und schätzen sie eigentlich immer richtig ein aber ihre entscheidung muss vom großen lama bestätigt werden der die sterne befragt und das ausgewählte kind vielen proben unterzieht um zu ergründen ob es wirklich die wiedergeburt eines früheren herrschers ist wangi erzählte ihnen dass die proben niemals fehl gingen so musste der prinz sieben gegenstände erkennen die schon dem ersten herrscher im reich des goldenen drachen vor 1800 jahren gehört hatten die gegenstände wurden mit anderen zusammen auf den boden gelegt und das kind wählte aus bestand es diese erste probe musste es ein wildpferd reiten dadurch vermied man jede eindeutige festlegung die zu scharfen wort wechseln hätte führen können den gesprächspartnern blieb immer ein ehrbarer ausweg für den fall dass sie in einem punkt unterschiedlicher auffassung waren judith kinski schien sehr viel über die einzigartige tier und pflanzen welt der gegend zu wissen damit hatte sie die zuneigung des königs und seines gesamten hofstaats gewonnen denn einer solchen selten es ist uns eine ehre in unserem land eine expedition des international geographic empfangen zu dürfen sagte der könig als das gespräch dem ende zuging die ehre ist ganz die unsere majestät antwortete kate cold wir wissen dass man in diesem königreich der natur eine achtung entgegen bringt die auf der welt ihres gleichen sucht schaden wir der natur so müssen wir die folgen tragen nur ein narr würde etwas derartiges tun ihr reiseführer wanzi kann sie geleiten wohin sie auch immer reisen möchten vielleicht haben sie den wunsch den tempel oder die jonks die klosterburgen zu besuchen wo die mönche sie möglicherweise als gäste aufnehmen und ihnen erklären was sie zu wissen wünschen allen fiel auf dass er judith kinski dabei nicht ansprach und sie vermuteten dass er ihr die schönheit seines das gespräch war zu ende jaguar würde bestimmt alles daran setzen sie zu finden aber diese berge waren wie ein irrgarten aus felswänden und klüften ein schuh ich müsste einen schuh fallen lassen dachte sie aber das war unmöglich denn sie trug ihre geschnürten bergschuhe irgendwann später als die beiden mädchen schon vollkommen zerschlagen und halb besinnungslos waren hielten die reiter an mühsam versuchte Nadja wieder zu sich zu kommen und lauschte angestrengt die reiter stiegen ab sie wurde erneut hochgehoben und wie ein bündel auf die erde geworfen sie fiel auf steine sie hörte pema wimmern und gleich darauf löste jemand die riemen und die decke wurde weggerissen Nadja holte tief luft und schlug die Augen auf das erste was sie sah waren das schwarze Himmelsgewölbe und der mond dann zwei dunkle bärtige gesichter die sich über sie beugten der nach knoblauch schnaps und etwas ähnlichem wie tabak stinkender atem der männer traf sie wie ein faust hieb zwei tief in den höhlen sitzende Augenpaare blitzten sie böse an und dann lachten die männer höhnisch auf sie hatten kaum noch zähne im mund und die paar übrig gebliebenen waren fast schwarz leute mit solchen zähnen hatte nadja in indien gesehen und kate hatte ihr dort erklärt dass diese leute betel kauten trotz der dunkelheit hatte nadja die männer sofort wiedererkannt sie sahen aus wie die männer im roten und niemals persönlichen zielen das herz des königs durfte keine habgier kennen sie kamen an bauernhäusern und vielen tempeln vorbei die man schon von weitem an den im wind flatternden gebets fahnen erkennen konnte die den langen standarten am flughafen ähnelten ihr reiseführer grüßte alle leute denen sie unterwegs begegneten anscheinend kannte hier jeder jeden immer wieder überholten sie Gruppen von kleinen Buben die in dunkelrote mönchs umhänge gehüllt waren und Wanji erklärte ihnen dass man die meisten kinder in klöstern unterrichtete in die sie aufgenommen wurden wenn sie fünf oder sechs jahre alt waren manche blieben ihr leben lang im kloster weil sie dem vorbild ihrer meister der lamas folgen wollten die mädchen besuchten ihre eigenen schulen es gab eine universität im land aber die meisten studenten wurden in indien und einige in england ausgebildet wenn ihre eltern es sich leisten konnten oder sie ein staatliches stipendium bekamen auf den dächern einiger kleiner lebensmittelläden waren fernsehantennen angebracht wanzi erklärte dass sich die bewohner der umliegenden häuser dort trafen wenn etwas gesendet wurde allerdings gab es nicht rund um die uhr strom weshalb die sendezeiten von tag zu tag wechselten er erzählte ihnen auch dass es fast überall im land telefon gab fand man keine poststation konnte man zum telefonieren in die aber jedes mal hatte nadja die richtige eingebung und fand ihn wieder schon waren sie weit von den anderen touristen entfernt hörten und sahen niemanden mehr sie durchquerten säle stiegen schmale treppen mit ausgetretenen verwitterten stufen hinunter und folgten langen korridoren zu dem beißenden gestank kam jetzt ein lauter werdendes gezischel wie ein aus dem takt geratenes grillen konzert nicht noch tiefer agiler das sind die ratten die können gefährlich werden flüsterte Alex wenn die da vorn hinunter gehen warum dann wir nicht die beiden schlichen immer weiter durch die unterirdischen gänge und redeten nicht mehr denn jedes geräusch halte gespenstisch an den wänden wieder Alex fragte sich wie sie je wieder nach oben finden sollten aber er hielt den Mund denn er wollte vor Nadja nicht als Angsthase dastehen auch dass es hier unten vielleicht Schlangen schließlich hatte er Nadja mit den Kobras gesehen also konnte er sich die Unkerei wohl sparen am Anfang war noch etwas Licht durch kleine Spalten in der Decke und in den Mauern gefallen aber nun war es über weite Strecken ziemlich finster und sie mussten sich an den Wänden entlang vorwärts tasten hier und da hingen Glühbirnen und warfen einen schwachen Schein auf die herumwuselnden Ratten die Elektrokabel hingen wenig vertraut und als Dreingabe eine Seite eines Originalmanuskripts von Charles Darwin die der Herausgeber der Zeitschrift wie durch ein Wunder in einem Londoner Antiquariat aufgetrieben hatte Der König bedankte sich und reichte ihnen ein in ein Tuch eingeschlagenes Buch Wange hatte ihnen gesagt man dürfe Geschenke nicht gleich auspacken denn das galt als ein Zeichen von Ungeduld und wurde nur Kindern nachgesehen Timothy Bruce nahm das Päckchen eben entgegen als ein Beamter Judith Kinski ankündigte Jetzt begriffen die fünf Besucher auch warum sie die Frau am Morgen nicht im Sie grüßte mit einer leichten Neigung des Kopfes und setzte sich neben die anderen auf den Boden Sie trug ein schlichtes Kleid die Lederhandtasche von der sie sich offensichtlich nie trennte über der Schulter und außer einem breiten aus geschnitzten Knochen zusammengesetzten afrikanischen Armreif keinerlei Schmuck Da plötzlich sprang Che Wang der Leopard des Königs der sich die ganze Zeit ruhig verhalten und alles aufmerksam beobachtet hatte mit einem Satz vom Podest herunter baute sich vor Alex auf und zog die Lefzen zu einer bedrohlichen Grimasse zurück so dass man seine messerscharfen Reißzähne sehen konnte erschrocken starrten die Anwesenden ihn an und zwei Wachen traten vor um den Leoparden zu packen aber der König gebot ihnen durch eine Handbewegung Einhalt und der wohl einmal zur Lagerung von Munition oder Lebensmitteln gedient hatte an drei Seiten gingen dunkle Gänge ab Alex deutete wortlos mal auf den einen mal auf den anderen Nadja schüttelte den Kopf und wusste zum ersten Mal nicht weiter sie glaubte Borobah von ihrem Rücken setzte ihn auf den Boden und gab ihm einen Klaps damit er für sie entschied hastig rettete sich der Affe wieder auf ihre Schulter er war wasserscheu und Ratten konnte er auch nicht leiden Nadja wisperte ihm ins Ohr er solle vorgehen aber er wollte sie nicht loslassen und deutete bloß mit zitternden Fingern auf die rechte Maueröffnung die schmalste der drei Nadja und Alex folgten Borobahs Fingerzeig und zwängten sich in den Gang in dem man fast gar nicht sehen konnte denn hier hingen keine Glühbirnen mehr Nadja konnte zwar aufrecht gehen aber Alex stieß sich den Kopf und schrie auf eine Wolke von Fledermäusen löste sich aus dem Dunkel und hüllte sie ein und Borobah flüchtete sich erschrocken unter Nadjas T-Shirt da lauschte Alex in sich hinein und rief den schwarzen Jaguar wenige Sekunden nur und er konnte seine Umgebung erahnen als hätte er Antennen er hatte das monatelang geübt seit er am Amazonas erfahren hatte dass der schwarze Jaguar der König des südamerikanischen Regenwaldes sein Totem Tier war Alex war ein bisschen kurzsichtig und im Dunkeln war er sehr und hob Alex entnervt die Hand dürfen wir auch Fragen stellen wir sind sehr weit gereist um etwas über dieses Land zu lernen für einen Moment wurde es mucksmäuschen still und die Studenten tauschten verunsicherte Blicke offensichtlich hatte noch nie jemand auf dem Podium einen solchen Vorschlag gemacht die Professoren tuschelten etwas ratlos miteinander aber schließlich gab der Rektor sein Einverständnis in den nächsten anderthalb Stunden erfuhren die Besucher so manch wissenswertes über das verbotene Reich und die Studenten setzten sich endlich über die formalen Benimmregeln hinweg und trauten sich nach dem zu fragen was sie an Amerika wirklich interessierte nach dem Kino der Musik den Klamotten den Autos und nach tausenderlei anderen Dingen gegen Ende der Veranstaltung kramte Timothy Bruce eine Kassette mit Hits der Charts aus der Tasche die Kate in ihrem Aufnahmegerät abspielte der sonst eher schüchterne Alex war durch seinen gerade errungenen Erfolg in einer so ausgelassenen Stimmung dass er aufstand und dem staunenden Publikum vorführte wie bei ihm zu Hause getanzt wurde als dann auch noch Borobar anfing Alexanders frenetisches Gehopse bis zur Perfektion nachzuahmen konnten sich die Studenten das Lachen endgültig nicht mehr verkneifen schließlich war die Konferenz beendet und unter den Blicken ihrer fassungslosen Professoren begleiteten Scharen von Studenten die Besucher bis zum Ausgang des Parks und Tan kennt die Beschreibung es handelt sich nämlich um eines der ungewöhnlichsten Objekte der Welt und um eines der kostbarsten noch dazu allerdings hat außer den Königen nie irgendwer diesen berühmten Drachen gesehen und Fotos gibt es auch keine nur einige Zeichnungen er ist ungefähr zwei Fuß lang und es heißt er sei aus purem Gold aber das ist noch nicht alles die Goldschmiedearbeit ist sehr alt und einzigartig schön außerdem ist er mit Edelsteinen besetzt allein die beiden völlig gleichen makellosen Sternrubine in seinen Augen sind ein Vermögen wert warum fragst du du willst ihn doch nicht etwas stehlen wie diese drei Amazonas Diamanten anstatt ihm noch einmal zu erzählen dass Nadja die Steine gefunden hatte versicherte Kate dem Juwelier genau das habe sie vor ihr konnte es nur recht sein wenn Isaac Rosenblatt ihr einen Coup dieser Größenordnung zutraute dadurch würde das Interesse ihres alten Verehrers nicht nachlassen sie lachte auf als sie die Antwort abschickte aber das Lachen wurde schnell zum Husten ihre unzähligen Westentaschen betastend fand sie schließlich den Flachmann mit der Amazonas Medizin Professor Leblanc Antwort kam am nächsten Morgen und sie war wortreich und verworren wie alles was er von sich gab erst beschrieb er umständlich dass er neben all seinen sonstigen Verdiensten auch der erste Anthropologe gewesen sei der die Bedeutung erarbeiteten aber aber seine Großmutter widersprach ihm denn Produktivität sei schließlich nicht alles und dieses Land das einzige der Welt das den Schutz der Natur wichtiger nahm als das Geschäft das Lächeln auf Wangis Gesicht wurde breiter als sie das sagte aber er schwieg denn er wollte die Gäste nicht beleidigen die doch aus einem Land kamen wo das Geschäft wie er gehört hatte wichtiger war als alles andere zwei Stunden später war die Sonne hinter den Bergen versunken und Dunkelheit legte sich über das Grün der Reisfelder hier und da flackerte das Licht der Butterlampen in Häusern und Tempeln von fern drang der kehlige Ton der Langhörner zu ihnen mit denen die Mönche zum Abendgebet riefen wenig später tauchten die ersten Häuser von Tunkala auf der Hauptstadt die eher einem großen Dorf glich die Hauptstadt wurde von einigen Laternen erhält und sie konnten sehen wie sauber alles war und wie geordnet es zuging obwohl eine buntschäckige Gesellschaft die Straßen bevölkerte Jacks trotteten zwischen italienischen Mopeds herum alte Frauen mit ihren Enkeln auf dem Rücken überquerten langsam die Fahrbahn und Polizisten die aussahen wie Prinzen aus längst vergangenen Zeiten regelten den Verkehr viele Haustüren standen sperrangelweit offen und Wangji sagte ihnen hier gäbe es so gut wie keine Verbrechen außerdem würden sich alle kennen die Säle die nur mit einigen niedrigen Tischen großen bunt bemalten Holztruhen und Stapeln runder Sitzkissen eingerichtet waren hier und da sahen sie religiöse Statuen vor denen Kerzen Branden und Opferschalen voller Reis und Blütenblätter standen einige Wände waren bemalt aber mancher Orts war die Farbe mit den Jahren verblasst so dass man kaum noch etwas von den Bildern erkennen konnte hier und da waren Mönche mit Pinseln Farbtöpfchen und hauchdünnen Streifen Blattgold damit beschäftigt die Malereien geduldig auszubessern an vielen Wänden hingen auch prächtige Teppiche aus Seide und Satin auf die Säle folgten hinter denen Dutzende von Staatsdienern und Mönchen mit Schreiben beschäftigt waren Computer hatte man hier noch nicht eingeführt alle Informationen für die öffentliche Verwaltung wurden von Hand in Hefte notiert einer der Räume diente als Orakelzimmer wenn sie nicht mehr weiter wussten suchten die Bewohner des Verbotenen Reichs hier bei bestimmten Lamas und Nonnen Rat die über die Fähigkeit zum Weissagen verfügten Die Buddhisten im Reich des Goldenen Drachen glaubten daran dass jeder Mensch seinen eigenen Weg zur Erlösung finden muss allen Wegen gemeinsam jedoch das Mitleid mit allem Lebendigen ist dieser Glaube wollte aber auch gelebt sein und die Landschaft um sie herum war traumhaft und vollkommen unberührt vom technischen Fortschritt die Felder wurden mit Ochsen bestellt die gemächlich die Pflüge zogen Smaragd grüne Reisfelder wogten auf den Terrassen an den Berghängen der Weg war gesäumt von Bäumen und Blumen die sie noch nie gesehen hatten und im Hintergrund erhoben sich die schneebedeckten Gipfel des Himalaya Alex machte eine Bemerkung über die veraltete Art wie die Bauern hier arbeiteten aber seine Großmutter widersprach ihm denn Produktivität sei schließlich nicht alles und dieses Land das einzige der Welt das den Schutz der Natur wichtiger nahm als das Geschäft das Lächeln auf Wengis Gesicht wurde breiter als sie das sagte aber er schwieg denn er wollte die Gäste nicht beleidigen die doch aus einem Land kamen wo das Geschäft wie er gehört hatte wichtiger war als alles andere zwei Stunden später war die Sonne hinter den Bergen versunken und Dunkelheit legte sich über das Grün der Reisfelder hier und da flackerte das Licht der Butter Lampen in Häusern und Tempeln von fern drang der kehlige Ton der Langhörner zu ihnen mit denen die Mönche zum Abendgebet riefen wenig später tauchten die ersten Häuser von Tunkala auf der Hauptstadt die eher einem großen Dorf glich die Hauptstadt wurde von einigen Laternen erhält und sie konnten sehen wie sauber alles war und setzen die erste halbe Stunde war eine zähe leereinheit in gutem betragen starr vor ehrfurcht stellten die studenten ziemlich naive fragen und verbeugten sich jedes mal tief ehe sie das Wort an die ausländischen Gäste richteten irgendwann hob Alex entnervt die Hand dürfen wir auch Fragen stellen wir sind sehr weit gereist um etwas über dieses Land zu lernen für einen Moment wurde es mucksmäuschen still und die studenten tauschten verunsicherte blicke offensichtlich hatte noch nie jemand auf dem podium einen solchen vorschlag gemacht die professoren tuschelten etwas ratlos miteinander aber schließlich gab der rektor sein einverständnis in den nächsten anderthalb stunden erfuhren die besucher so manch wissenswertes über das verbotene reich und die studenten setzten sich endlich und trauten sich nach dem zu fragen was sie an amerika wirklich interessierte nach dem kino der musik den klamotten den autos und nach tausenderlei anderen dingen gegen ende der veranstaltung kramte timothy bruce eine kassette mit hits der charts aus der tasche die kate in ihrem aufnahmegerät abspielte der sonst eher schüchterne alex war durch seinen gerade errungenen erfolg in einer so ausgelassenen stimmung dass er aufstand und dem staunenden publikum vorführte wie bei ihm zu hause getanzt wurde als dann auch noch borobar anfing alexanders frenetisches gehopse bis zur per der neben alex an die brüstung getreten war und deutete auf die behausungen aus lumpen am straßenrand auf der anderen seite der mauer alex spürte das zorn und abscheu in ihm hochkochten wie er da auf dem balkon dieses protzigen hotels stand und auf all das elend hinuntersah später traf er Nadja und dachte ihr müsse es ähnlich gehen aber sie verstand gar nicht was er meinte sie selbst besaß nur das lebensnotwendige und fühlte sich von dem prunk des palastes wie erschlagen ich glaube draußen bei den unberührbaren würde ich mich wohler fühlen als hier drinnen mit man die augen ausruhen zu viel luxus ich ersticke und was katzbuckeln diese prinzen hier dauernd um uns herum sie nickte in richtung der männer mit den brokat uniformen und den federverzierten turbanen das sind doch keine prinzen agiler gluckste alex das sind die hotel angestellten sag ihnen sie sollen weg gehen wir brauchen sie nicht das ist ihr job wenn ich sie wegschicke sind sie beleidigt du wirst dich schon daran gewöhnen alex ging mit nadja wieder auf den balkon um noch einmal die in lumpen gehüllten unberührbaren zu sehen aber er hielt es nicht lange aus nahm welche von seinen wenigen dollars verließ das zimmer wechselte die scheine an der rezeption gegen rupien und wollte die münzen draußen verteilen nadja war auf dem balkon würde an den felsen zerschellen oder wie ein stein vom himmel fallen der wind kam mal von hier mal von da schob sie einmal in einem höllentempo an blies dann plötzlich kaum waren sie an einem berg vorbei von vorn so dass es aussah als würden sie sich nicht mehr vom fleck bewegen der indische geschäftsmann und der junge arzt aus dem verbotenen reich klammerten sich etwas nervös an die armstützen ihrer sitze versicherten indes sie würden das schon kennen die anderen pressten sich beide hände auf den magen um die übelkeit und die angst unter kontrolle zu halten keiner sagte ein wort bloß ruell gonzalez murmelte kreidebleich im gesicht gebete vor sich hin und streichelte das silberkreuz um seinen hals alle linsten von zeit zu zeit zu judith kinski hinüber die es bei dem geschaukel sogar schaffte in einem buch über tulpen zu blättern ein paar stunden lang wie tage ging das so bis sie schließlich das verbotene reich von oben sehen konnten zwischen majestätischen verschneiten bergen schlängelten sich enge täler an deren hängen terrassen mit üppiger subtropischer vegetation hinaufwuchsen wie ansammlungen weißer puppenhäuschen konnte man hier und da verstreut dörfer erkennen manche davon an völlig unzugänglichen stellen die kleine hauptstadt lag am ende eines lang gezogenen talkessels es schien ausgeschlossen hier zu landen aber der pilot war mit allen wassern gewaschen er ging tiefer machte über die